Einen wunderschönen Gürtchen Morgen! Es ist Sonntag und es scheint tatsächlich auch die Sonne. Es ist Halloween und ja, wollen wir mal gucken. New World sehen wir wieder. Da haben wir ja Gästen aufgehört. Da sind wir ja kurz in die Stadt geflitzt. Und ja, schauen wir mal, was so geht, nicht geht. Da brauche ich nicht weitergucken. Gut, da ist niemand. Wir müssen... Töte 100 Wildschweine. Wow. Speckinatoren. Was ein Titel. Speckinatoren. Spannend. Klingt irgendwie schräg, oder? Ich glaube, das tue ich mir tatsächlich an. Ich finde den witzig. Wo ist es denn? Speckinatoren da. Anwenden. Das klingt witzig. Moin Six. Ne? Schon da? Entspannender Titel. Okay. Gut. Kree kree. Tasche hatte ich schon leer gemacht. Sehr schön. Na, selber, na. Ein herzerfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallt. Moin Moin Heiko und Dankeschön. Moin Moin Heiko und Dankeschön. Moin Moin Heiko und Dankeschön. Wartet mal. Rechts, rechts. Ja, ne du? Ich finde ihn trotzdem witzig. Zu Figürlichkeiten meiner Geschwister sag ich jetzt nix. Hä? Was war das? Quatsch. Wie viel mussten wir jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich mach mal zwanzig. Keine Ahnung, ob er das ist. Müsst ihr ihn selber fragen. Da halte ich mich gelegt. So. Eben mal zwanzig. Butter abgegeben. Ach, Fleisch und Obst hab ich auch noch angenommen. Muss ich mir noch mal zur Küche dackeln. Ob ich das kann. Boah, ich hab wieder total verschnupft. Ist ja schlimm. Hab ich doch. Und ich hab gesagt, zu den Figürlichkeiten meines Geschwisters sag ich nix. Entschuldigung. Was fehlt mir denn? Acht Hühnchen ernsthaft. Für einmal acht Hühnchen. Ihr habt ja nen Schuss. Muss ich ja Dinger machen ohne Ende. Ne? Wow. Ja, nun kann ich nicht machen. Na gut. So. Ja. Na 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 na. Na na na. Na na na. Was macht denn das Geld eigentlich? 7100. Heidanei. So fehlt ja alles noch Geld. Ich, ihr armes Mensch. Was ist das denn für ein Name, bitteschön. Hä? Moin, Mariel. Werkstatt, Werkstatt. Wo bin ich denn jetzt doof? Wo ist denn die... ...des Holz-Dings-Booms? Da bin ich doch dran vorbei. Ein Öhrchen auch. Guten Morgen. Oh, Holz. Echt jetzt? Ich kann aber nur sechs Stück machen. Na gut, muss ich wohl doch nochmal fällen gehen. Ja, ich hab euch auch lieb. Ich hab euch auch lieb. Keine Sorge. Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache nun unterstützen willst. Ne, ne, ne. Sag mal, der rennt die ganze Zeit nur Trepp hoch und Trepp runter, der eine. Der ist schon dreimal an mir vorbeigerannt. Der läuft doch scheinbar so eine komische Runde. So, was war das Rohholz? 20 Stück. 80. Und ungefähr 400 Holz holen. Du kannst dir dort ein Lager aufstellen, also du hast zusätzliche Lagermöglichkeiten. Du kannst dir ein Bett reinstellen. Du brauchst dann in dem Ort keinen Gasthof. Und ansonsten ist es schön. Ist halt dein Haus, ne? Du kannst das ein bisschen dekorieren und ja. Aber ich sag mal, du sparst dir halt einen Gasthof. Und du sparst dir, also du kannst dir einen zusätzlichen Lagerplatz schaffen. Das ist doch schon mal etwas, ne? Finde ich jetzt mal so. Grundsätzlich. Das ist sehr gut, ganz schön. Die. Das ist sehr gut, ganz schön. Ich habe ja gestern unter anderem zum Beispiel eine richtig coole Kiste gelernt anzubauen. Ich muss jetzt nur noch das Material dafür abbauen können und die bauen können. Oh, das sagt man ja keiner. Theoretisch kann ich sie, ja. Muss halt Glück haben beim Rezepte finden. Heiko hat schon gleich zu Beginn genug und kriegt nur Wasser. Na dann. Wir haben dich erwischt. Wir haben dich erwischt. Wir haben dich erwischt. kurz den halben wald abfällen wegen ein bisschen bauzeug dass die stadt falsche bäume anscheinend brauche ich die auch die haben also schadet ihr nix hätte dass das die anders dass sich anhören je nachdem welchen reifegrad die haben wenn sie fällen der hier den dumpferen klang ein als wenn du kein fleisch essen würdest lecker lecker fleisch das arme hühnchen ja ja es gibt viel zu viele davon die laut kurrend und geckernd durch die gegend drinnen ja ich mache morgen käfer heimatlos genau na warst du schon rübchen kaufen so das holz habe ich auf jeden fall genug würde ich behaupten ich kaufe heute keine bei mir kosten zu 110 aber ich glaube nicht dass sich das lohnt was ich so die woche gesehen habe an preisung so Vielen Dank. Gefühlt eine Million Bäume gefällt. Die Stadt und ihre Sonderwünsche immer. Nein, 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 nein. Jetzt will ich erst noch mal gucken. Nö, zur Kirche wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich jetzt auch nicht hin. Ich und Orientierung. Nussig Koks. Jetzt willst du wach werden. 20 Ruhmolz. Gut. 20 Ruhmolz. Das nicht. Das nicht. Das nicht. So. Das waren nur 6. Dann muss ich erst ein bisschen Bauholz machen. Egal. Mach mal. So. Und jetzt will er Rohholz. 20 waren das, gell? Wieso ich erst Bauholz machen muss, um Rohholz zu kriegen, muss ich jetzt nicht ganz verstehen. 20 Minuten, oder? Festes Fischfilet, aber das hatten wir ja. So, dann sind wir Kleidermacherei auf 5. Okay. Die Kanonen rejucken mich zwar nicht wirklich, aber egal. Ah, ich wollte gucken, ob ich Sata kann. 25 Stück. Ich glaube, ja. Da ist es. Dafür muss ich vier Leinen machen. machen wir erst mal eine wie viel mussten wir jetzt machen ich weiß später nicht ich kann nur 16 muss ich wohl bei gelegenheit noch mal hand sammeln wie ich die sache sehen warum liegt der nackeschrumpf tschuldigung wie noch total verschnupft 25 15 oder so haben wir jetzt nicht langt noch nicht so ganz gut 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 dann kommt das hier rein und das hier rein so alles schon deko zeige ich fürs haus jetzt weiß ich was ich noch ausprobieren wollte du bist keine werkstatt ne du bist die holzding kleider krimskrams webstuhl ich schon was finden maria hausbringende freund dass du immer wieder zum haus porten kannst alle zwei bis vier stunden je nach hausgröße möbel ausstellen haben wir ja gesagt in hydrophäen ausstellen zum gruppen schon fast alles besonders gut trophäen und so zeug das haben wir jetzt nicht mit den truen haben wir ja gehabt mit dem bett haben wir gehabt ja steuern du musst steuern für dein haus zahlen ja jenni du musst steuern für dein haus Da brauche ich 35 Höhe. So viel habe ich nicht mal. Das ist ja lustig. Wie witzig. Guck mal. Okay. Da habe ich jedenfalls noch nicht genug. Naja, okay. Nicht schlimm. Wir müssen eh noch sammeln. Ich bin jetzt bei 14. Stufe 14. Jihihi. Es wird, Kinos. Es wird. Stufe 14. Ja, genau. Steuern. Schrecklich, gell? Dass die doch glatt auf die Idee kommen, dass man Steuern zahlen muss. Glatt unverschämt. Nö, nö. Nö, nö. Nö, nö. Grundsteuer 10% steht hier zum Beispiel. Steuern runden habe ich bewusst so noch nicht gesehen. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Ich will aber eigentlich das da. Wir brauchen die Hand, haben wir gesagt, damit die Welt wieder schöner wird. Natürlich mit Kleidung, was denkt ihr denn? Also ne. Hey, der hat sich keinen Brandschaden geholt. Der hätte Brandschaden kriegen müssen. Ja, so ist das. Wollen wir schöne Kleidung machen, dass die Welt schöner wird und dafür brauchen wir Hanf. So ist das, Lieben. Mir läuft's Näschen. Nervig. Den hat's gerupft. Die hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber egal. Den brauch ich. Ihr, was denn? Tüten braucht man zum Einkaufen und Transportieren und so. Echt jetzt? Da muss ich das Kandickel, bleibst du wohl stehen? Ich hab da jetzt noch so'n Gockel gehört. Wo ist er? Guck, 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 guck! Nur Isel. Wer hat ihn mir geklaut? Ich will mein Gockel. Eigentlich laufe ich doch dahin. Was muss ich hier eigentlich machen? Truhen nachschnallen. Was will ich tun? Die hat schon wieder keinen Faden. Oh! 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 Flambierter Wolf, bitteschön. Wenn du danach bettelst, kannst du das natürlich haben. Bei der Gelegenheit könnte ich mal essen. Oh! Oh! Ich bin schon zwölf Jahre Nichtraucher. Ich rauche nicht. Ich werde nicht so dumm sein, nochmal damit anzufangen. Stolzer Nichtraucher. Da sind doch gar keine drüben. Hexenjägerhose, okay. Das haben wir schon gelesen. Ein großes Salpeter. Immerhin 18 Stück. Da liegt noch eins. Und das dürfte dann auch eins sein, oder? Das übersehe ich irgendwie gerne, das Salpeter, ich weiß nicht warum. Den Fläschenschaden nimmt er wieder nicht. Jetzt macht er das heute bei mir auch. Geschenk hat das ja immer nur beim Six gemacht. Und der lässt sich nicht wegschubsen, das ist sowas. Das ist sowas. Aber wir haben die hier fertig. Auf zur nächsten Quest. Juck, juck, juck. Juck, juck, juck. Juck, juck, juck. Nicht da richtig? Passt. Da rüber und dann da rüber. Und wer feiert heute im Halloween? Was ist das denn? Nichts. Ich bin nicht so richtig. Bisschen schwierig. Horrorzeug traue ich mich nicht zu spielen, weil ich diese Schreckmomente mir nicht antun möchte. Und ansonsten bleibt ja nicht viel. Wir haben am Freitag hier in Meteor Dynasty ein bisschen Halloween gehabt. war ja ganz witzig. Und ansonsten vielleicht nachher noch ein Animal Crossing, aber so richtig Halloween. Dann darf dein jeneres Kind sauber bleiben. Ja, Süßigkeiten habe ich tatsächlich zu meinem Leidwesen auch nicht. Habe ich mir vergessen mitbringen zu lassen. Ein Keks oder sowas. Habe ich mir vergessen mitbringen lassen. So ist das manchmal, ne? Ja. 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 Ja, da. Ja. Ja. Da. Ja. 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 Na, das war doch wie gekonnt. Das war ja wie gekonnt. Was mein Bruder meinte, ob ich heute zum Reformationstag zurückkomme, um Kaffee zu trinken. Ich habe geantwortet, lieber zu Halloween zu einkommen, weil sein Kind das, wie ich auch lieber mag. Wie ich noch in der Grundschule den Job hatte, war ja, von meinem Schlaganfall war ich ja in der Grundschule zwei Jahre beschäftigt. So als Mädchen für alles. Und dann war die Rektorin, die war so strikt gegen Halloween, so was von strikt. Und erst als sich ihr dann per Recherche das Ding gebracht hat, dass das ja eigentlich ein europäisches Fecht ist, das ja über die Kelten ja eng und über Europa nach Amerika kam und dann von Amerika zurückkam, dann hat sie sich überreden lassen, das dann unter dem Namen Rübenfest dann tatsächlich in der Schule zu feiern und die Kinder Kinder sein zu lassen. Heureka, ich habe es geschafft, ich habe das Buch bekommen, auch wenn ich nicht stolz darauf bin, wie es geschah. Es ist eindeutig nicht meine Art zu handeln, nichtsdestotrotz, ich habe es zum Lesen. Okay, steht jetzt wahnsinnig viel drin, aber hey, ne? Hallo Digga, komm mal machen das nochmal, es war lustig. Ja komm. Ja, ihr ist gut. Halt unten. Mein Bär. Das war mein Bär. Nicht kurz vor Schluss kommen und klauen wollen. Nini. Das war vor ein paar Jahren auch so ein Hype, aber in der Pendeln, der es klingelt, sind jetzt Teenager und daher öppnet das vollkommen ab. Ja, nun. Wie gesagt, ich finde Halloween eigentlich ganz witzig, aber ja, wie gesagt, Pilzschleim, okay. Was man alles so findet. 228 Schaden. Kumus, 6, wäre das was für dich? Der macht immerhin 228 Schaden. Ich weiß nicht, ob der dir was bringt. Guck mal grad. Okay, dann schrott ich die. Wenn du sie nicht willst. Ich habe zu mir nichts gefallen. Ich weiß, das ist hier Stufe klein, aber du bist ja auch noch am Üben, deswegen frage ich ja. Gut, dann mache ich die kleinen. Die ist schlechter wie meine. Und du kommst sowieso weg. So. Das kann A weg. So, die zwei haben wir. Muss, glaube ich, jetzt in die Richtung, oder? Ja. Na komm, Mietz. Wie war es danach? Bisschen Mietze verhauen. Das hört sich so an, als wäre wieder eine Mietze da. Das war mir gut geworden. Dich wollte ich jetzt nicht verhauen, aber gut. Vielleicht war es deine Partner, Partnerin, die ich verkloppt habe. Ich hätte gestern in Anleitung gehabt, dass sie sich auch schon herstellen können, aber so musste ich mir eine Truhe herstellen. Also, Neville, weil der Möbelmacher. Hallo, Anna. Hallo, Anna. Hallo, Anna. Was? Hör mich mit. Hör mich mit. Wie gesagt, damit habe ich, wie gesagt, meine Rektorin damals auch überredet, den Kindern das zu erlauben, weil das ja eigentlich ein europäisches Fecht ist, tatsächlich. Das ist ganz witzig. Das sind sich viele gar nicht bewusst. Das sind sich viele gar nicht bewusst. Und guten Morgen, Sina. Kinder, ihr müsst aufpassen, wir haben mal wieder einen Mod im Chat. Ihr müsst aufpassen, ihr müsst brav sein. Es ist mal wieder ein Mod im Chat. Gut investierte Zeit. 80 Stunden Spielzeit. Wow. Ist kein Geheimnis, aber viele verdrängen das tatsächlich. Das ist vielen irgendwie heutzutage nicht bewusst. Du weißt ja, ne? Der hätte mal jemand in der Schule zuhören müssen. Ah, der Michi will mal wieder nur was für sich. Das ist sowas. Ja, der Michi hat, ich habe heute Morgen seine Screen Horts durchgeguckt und er hat tolle Gebäude in Gartenpaus gebaut und dafür habe ich ihn auch schon in Steam gelobt. Und das mache ich dann jetzt nochmal. Er hat da tolle Gebäude in Gartenpaus gebaut. Und danke für den Kaffee, Sina. Also bei uns war, wie Amerika entstanden ist und dass das über Europa besiedelt wurde, durchaus in der Schule gelernt worden. Also, das hat man in der Schule gelernt. Das gehört halt zur Geschichte. Bitte, bitte, Michi. Im dirken Kompliment. Heiko, ich bitte dich. Willst du, dass mir übel wird? Das hat ja mit dem Glauben gar nichts zu tun, Sina. Das Rübenfest oder Halloween hat überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Anna hat ein Kompliment für Dirk, aber ich weiß nicht, ob Heiko das zählen lässt für mich. Muss schon Heiko fragen, ob er das akzeptiert. Aber so hin und wieder kann Dirk auch ein ganz netter Bruder sein. So ganz hin und wieder kann er das tatsächlich sein. Das hat mit Hexen und Geistern überhaupt nichts zu tun, sondern in Halloween geht es darum, dass man mit den Verstorbenen kommuniziert. Wenn das, dass man dafür sorgt, dass die Verstorbenen nicht als etwas zurückkommen können, was sie nicht sein sollen. Und dass sie ihre Ruhe behalten. Ja, also du willst, dass Leute irgendwann mal sterben, das wissen wir ja alle. Und manche Leute träumen von toten Menschen ganz furchtbar intensiv. Und solche Festlichkeiten können helfen, dass die Ruhe finden. Moin Dirk. Aber wie gesagt, egal wie rum auch immer, Halloween ist kein amerikanisches Fest, das ist tatsächlich in den Ursprüngen ein europäisches Fest. Ne, ich nicht. Nicht freiwillig. Ich musste das tun. Ich wurde dazu gezwungen vom Heiko. Genauso allerdings. Flambierte Vögel. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Elf? Ne. Dann wird es doch langsam. Habe ich doch eben gesagt, dass er hin und wieder ein ganz... Sogar der Dirk hat es gehört. Man fragt schon nach, wieso er gekomplimentiert wird. Ja? Ich arme das Mensch. Dann verlangt er das und dann hört er nicht mal zu. Ne, 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 ne. Nee, nee, nee. Der soll lieber mal nicht zu mir sein, Heiko. So müsste das laufen. Aber nee, zu mir ist ja niemand nicht. Schlimm. Nee, wenn die... Was? Er stillt sich einer ab. Das könnte man jetzt fast gleich falsch verstehen. Zum Glück bist du mein Bruder. Nee, 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 nee. Er ist so faul. Danke, danke. Ja, aber der hat auch Liegestütze dabei. Ja, ja. Ich soll ja jetzt so klicken, das hat mein Bruder. So könnte man glatt auf Ideen kommen. Heißt du noch Halloween heute in irgendeiner Form, Dirk? Anna, was denn? Was denn? Was hast du im Discord gepostet? Äh, es gibt sogar eine Quest, wo du irgendwann noch eine Teltasche kriegst. Insel mit zwei Bergen und im tiefen, weiten Meer, mit viel Tunnels und Geleisen und dem Eisenbahnverkehr. Nun, wie mag die Insel heißen, ringsherum ist schöner Strand, jeder sollte einmal reisen in das schöne Lumberland. Nan, 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 nan Let's get the bass kick. Und im Fernsprechtelefon wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, Klapp ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt besperren? Nein, Herr Rumpf, das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Insel mit zwei Bergen und dem Fernsprechtelefon. Wählt man nur die richtige Nummer, klappt auch die Verbindung schon. Hallo, Klapp ist falsch verbunden. Wollen Sie sich jetzt besperren? Nein, Herr Rumpf, das kann passieren. Also dann, auf Wiederhören. Ja, danke schön, Heiko. Ja, stimmt, das hatten wir schon länger nicht mehr. Äh, ja. Ähm, jetzt muss ich euch nochmal nachlesen, was ihr da... Äh, Dirk sagt, er hat irgendein Spiel gefunden, aber ich habe irgendwie nicht so richtig mitgekriegt, was... Ähm, Six hat irgendwas in Discord reingeschrieben. Das habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt, was... Aber jetzt gucke ich erst nachher, was du in Discord geschrieben hast. Äh, und Anna, wie gesagt, du musst erstmal eine zusätzliche Tasche haben, dass du die Tasche eigentlich anlegen kannst, dass du mehr Platz hast. Und du musst halt natürlich in einer Fraktion sein und so weiter. Äh, ja, aber das kommt alles noch. Bist du mittlerweile eigentlich zu uns auf dem Server drauf? Das habe ich gestern nicht mehr mitgekriegt. Ähm... Ja, das habe ich mitgekriegt, Dirk. Ähm, ich habe gestern Abend noch ein WhatsApp gekriegt. Damit ist ja dann hoffentlich die Dreier-Serie für uns dieses Jahr erledigt. Jetzt haben wir drei Tote, das sollte jetzt reichen. Ähm, ja. So, was haben wir mit Clowns und einem Blut, ne? Sound geht, Hallöchen. So, sind wir alle wach? Was zum... Habe ich schon nicht mehr eingelöst. Stimmt, eigentlich auch nicht. Äh, bitte mach das. Wieso, das Lied ist doch witzig. Deswegen ist das ja auch relativ in Anführungszeichen teuer, weil es halt auch wirklich lang ist. Warum sollte ich das kennen? Wie, du kennst, du kennst keine Insel mit zwei Bären. Das ist doch schon uralt. Das muss man kennen. Allerdings gibt es das normalerweise nicht in Techno-Version, aber hey, ne? Jetzt eine Dämmerschleife. Hahahaha. Äh, schön. Das ist relativ lang, ja, ja. Happy Game. Happy Game. Ja, schreibe ich mal auf. Äh, happy game. Okay. Um was geht es bei diesem Happy Game? Äh, anderen Dingen sagen... Aber hey, andere Leute haben so komische Quietsch und Kreich und Klärndinge, dann darf ich auch mal ein nettes Liedchen haben. Hallo? Äh, dann gebe ich dir echt, aber ich... Ne, ich bin ja echt, ich gehe noch mal von und so. Äh. Äh, ja, ja, Heiko, wir haben schon wieder ein Todesfälle, jetzt ist noch ein Onkel gestorben, also es reicht jetzt langsam. Wir haben jetzt drei Todesfälle dieses Jahr, also, ne, angefangen ja mit meiner Mutter, das habt ihr ja alle mitgekriegt, dann ist meine Schwägerin gestorben und jetzt ein Onkel noch, es reicht jetzt langsam. Es reicht, es reicht, also für ein Jahr ist das genug. Äh, danke für dein Beileid. Äh, alles in Ticht. Ja, ich mag ja Techno, also von daher, ne, ich mag ja tatsächlich Techno. Und danke, Sina, für dein Beileid. Äh, der junge Albträumer hat und sein Lachen finden muss. Äh, bin ich mir nicht sicher, ob... Also, ich, da gibt's ja noch so Nightmare oder wie das Ding, hä, ich, mit dem komm ich gar nicht klar, also, von daher. Deine Mama ist auch gestorben, Watschi, oh, das tut mir leid. Wir haben das Fickster hat im Januar hinter uns gehabt, also, ganz schlimm. Ähm, können wir nachvollziehen. Das ist schlimm. Äh, zwei Minuten oder so haben die Liedsachen einen Cooldown, oder fünf Minuten, weiß ich jetzt gar nicht, wie lang die machen. Die Musik hat. Zwei oder fünf Minuten, ich weiß es nicht, äh, Heiko. Habe ich mir jetzt nicht... Ist schon so lange her, wo ich das eingestellt hab. Dürfen wir fragen, wie alt dein Mama war? Guck, unsere Mutter war, ja, die war 68, also fast selber alter. Ich will doch gar kein Wasser, das wird... Ja, ganz so gut war es bei uns nicht, aber ja... viel mitgekriegt hat, so auch nicht. Sagen wir mal, einfach so umfällt und nichts merkt, das ist immer noch ein schöner Tod. Sooo... Dann gucken wir mal. Willkommen zurück, Wächter. Du bist nun ein Teil der Legende, die weit über die Geschichtsschreibung hinausgeht. Du hast nicht nur dein Leben geopfert, du hast deine Seele geopfert. Ich verneige mich in Ehrfurcht vor deinem Opfer. Dankeschön. Einst war die Erhebung zu einem Seelenwächter ein Grund, drei Tage und Nächte lang zu feiern. Aber heute sind nur du und ich hier. Es wäre eine ziemlich trostlose Feier. Wir brauchen mehr Seelenwächter. Was mit den Fraktionen? Naja, ein Versuch wäre es halt wert, ne? Zu spät. Sie ging wohl weiter nach Lichtholz. Geh los, vielleicht triffst du sie noch an. Dann komme zu mir in unser neues Lager. Okay. Hm. Das war das. Hat es hier Fischis? Nope. Ähm, gut. Sukines. Wir haben wieder ein Stück Hauptstory gemacht. Ein kleines Stück. Oh, bei der Gelegenheit haben wir hier noch eine Entdecker-Quest. Nö, 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 nö. Ich lese Kirschwasser. Nee, ist gut jetzt, ne? Seid ihr schuld, so. Nehme ich mir doch auch mal was Gescheites zum Trinken. Mal gucken, was ich kriege. Nehme ich mir doch auch mal was Gescheites zum Trinken. Okay, äh, zehn. Okay, äh, zehn. Plus. Äh, ne heiße Schokolade, ne? Ja. Ich muss wohl nüchtern bleiben, wie es aussieht. Ich muss wohl nüchtern bleiben. Ich armes Mensch. Was ich machen muss, weiß ich schon mal nüchtern. Bokkuli. Äh, Dirk hat's mit Blowjobs, oder? Der Dirk hat's mit Blowjobs. Ey, das ist meine heiße Schokolade. Selen, du Dieb. Moichu. Oh, warte mal, das haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, oder? Warte mal. Wo ist denn das Zeug hier? Moichu. Limetten, weiß mal, Limetten mit Zucker, Minze und Sprudel und Eis. Also alkoholfrei. Üh. Mochito. Na gut, dann Mochito. Danke. Also, das ist Limettensaft mit Zucker, Minze, Sprudel und Eis. Alkoholfrei. Klingt aber irgendwie lecker. Was? Mochito. Mit R gesprochen. Wie auch immer, es klingt auf jeden Fall lecker. Lass es dir schmecken. Mit dir gönnst du dich seinen Blutjob wieder? Das ist aus dem Spanischen, okay. Ich glaube, bis zum nächsten Mal weiß ich es eh schon wieder nicht. Niedemenge Schilf. Dann kann ich ein paar Körbe basteln. Ich hoffe, die kriegen das mit dem Auktionshaus bald hin, dass man wieder Geld da rauskriegt. Bleib da, Vorel. Ey, Dirk! Motz. Lööö. Und Six nimmt sich dann auch gleich dieses Mochito. Mimiochito. Ach, wie auch immer. Wie auch immer das leckere Zeug soll. Lass es dir schmecken. Wie ein gespucktes Tsch. Ja. Mochito. Wie bei Huachinit. Ach, vergiss es. Ich hab's heute Morgen nicht damit. Ach, Huachinita. Ich hab's heute Morgen mal wieder nicht damit. Wo kommt jetzt das zweite R her? Mochito. Okay. Mochito. So, Kines. Ich bin so langsam nur mit Sammeln voll und hab sonst schon nicht viel gemacht. Ach, das ist ein Spiel, da bin ich doof. Schnürband. Egal. Mit der Axt fühl ich mich wohl. Ja, ich weiß ja. Trotzdem kann ich mir das so schwer merken. Aber ich dachte eigentlich, das kommt tatsächlich, hat den asiatischen Hintergrund, muss ich dazu sagen. Ich hätte das jetzt nicht Richtung Spanien geschoben. Wieso? Ich hab noch nie abgestritten, dass ich mit manchen Sachen meine Probleme hab. Das ist halt einfach so. Und dass ich das ein paar Mal korrigiert werden muss und dann vielleicht nicht gerade anmotzen, dann klappt das auch irgendwann. Aber es kann halt ein bisschen dauern, das mach ich ja nicht mit Absicht. Ich hab da halt so meine Probleme. Ich hab dich auch lieb, Six. Demnächst schon. So gibt's mal wieder Nudelholz übergebraten. Was? Muss man mindestens Montitos Intos haben. Und das wollte er in Montitos. Ja, aber man muss schon bestimmtes Zeug Intos haben, das mit Alk ist. Das hier ist ja ohne. Ja, absolut. Vertrau mir. Lasst mir Tante Vicky da raus. Loll. Du musst schon mal die Variante mit Alk machen, damit das vielleicht klappt. Oh, warte mal. Wer hat denn da meine... Loll. Da hat jemand meine Idee geklaut mit Nudelholz. Tiss. Dein Scherz. Ich kann ja keine Püpis malen. Ich wäre schon glücklich, dass das mit dem Nudelholz so einfach ging. Möhrchen, Möhrchen, Möhrchen. Oh, ein Schweinebraten. Immer gut. Lecker Schweinebraten. Das hast du mal gebastelt, bevor du... Ah ja. Ich habe schon in ganz vielen Chats und Rollenspiele immer irgendwas gehabt, was ich geworfen habe. Oder... Ne? Und so. Und das war einfach irgendwie im Huste des Nudelholz her. Das ist einfach typisch. Du kannst eins so malen. Könnte ich mich auf blöde Ideen bringen? Warte mal. Darf ich jetzt rüber? Hallo? Ja. Die sind auch von dir. Sind nicht schlecht. Die sind nicht schlecht. Könnte man glatt auf Ideen kommen. Ja, das war jetzt klar, ne? Lol. Der lebt ja noch. Was willst du abbekommen? Und du, das bravste. Mir wird es gerade ganz komisch. Irgendwie muss ich mich jetzt verhört haben. Meine Ohren haben heute Morgen einen Schaden. Zu. Welche hätten wir mich tatsächlich? Eine Wunschidee, aber... Warum hat man immer den Kopf voller Ideen, wenn man es selber nicht kann? Ist doch pschüss. So, was brauchen wir jetzt? Wir sind hier noch gar nicht fertig. Welche haben wir und welche haben wir jetzt nötig? Ich habe keine Ahnung. Hier war ich schon. Was? Hau Ding. Brauchbar. Dirk und brauchbar. Sel. Ähm. Na, okay. Gleich ab und zu. Ich bin brauchbar, also bin ich brav. Flo-Helpen. Flo-Helpen. Nein, nein, nein. Da ist noch einer drin. Stirb nur kurz. Ich brauch die Kiste. Ich brauch die Kiste. Sehr schön. Das waren die Letzten. So rüber. So rüber. Sehr schön. Nein, nein, nein. Komm, lauf. Spannende Umschreibung. Man ist brav, wenn man brauchbar ist. Hey. Das ist. Hey. Too deep, too deep. Too deep, deep. Too deep, deep. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Apropos, du fängst dann jetzt am Dienstag mit der Schule an, oder? Ja, von und zu. Wie, du hast noch keine Einladung? Hast du mal nachgefragt? Blöde Frage, ja. Was eine Planung wie da. Hm? Schlimm, schlimm. Na, 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 na. Nur lauter geschreiendes Pack wieder hinter sich. Na, 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 na. Na, 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 na. Was denn? Der wollte dir doch ein Kompliment machen, das hat dir auch nicht gefallen. Und dir kann man es heute auch nicht recht machen. Sie warten selber drauf, okay. Ach, sowas ist immer doof. Da stehst du noch auf glühendem Kohlen und wo euch nicht was abgeht. Finde ich auch ziemlich nervig. Schweinchen waren doch auch auf dem Plan, ne? Ja, das war Nummer 2. Nummer 3. Hoppala. Wie du, 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 dusch dich wieder, Dingsen. Das gilt nicht. Nummer 4. Schlachten tue ich gleich. Nummer 5. Ich will keinen Schilf. Ich will diesen Klubafisch. Ganz bösartig. Danke, Sina und Dirk. Im letzten Moment noch die Taste geschafft. Ist im Moment wieder schlimm. Ich weiß nicht warum. Ich will den Schilf. Ich will den Schilf. Ich will den Schilf. Nun, 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 nun. Entschuldigung. Ich brauche Schweine. Da ist noch eins. Das war Nummer 6. Und dann brauchen wir noch mal so viele. Nummer 7. Das wäre jetzt Nummer 7 oder 8. Da ist nichts. Jetzt könnt ihr da hinten wieder kommen. Dann haben wir Nummer 5 mehr. Oh, ich lieb Kinos. So, jetzt könnten aber wirklich die Schweinchen wieder kommen. Das wird jetzt Zeit. So geht es doch auch mal so schnell. 500 Fasern haben wir auch so nötig. Hübsche Blümchen, guckt mal. Wenn hier gerade nichts besseres zu tun, gucken wir uns mal die Blümchen an. Eine und selbe Blume in mehreren Farben. Sie sehen aber hübsch aus. Das hier. Was ist das gelbe? Okay. Das ist Löwenzahn, eindeutig. Das könnte Schaumkraut sein. Wie gesagt, sonst geht das immer so schrecklich schnell. Wenn man es nicht brauchen kann, dann geht es rucki zucki. Ich sehe schon eins, ich sehe schon eins. Zwei. Nun, das ist auf jeden Fall Nummer 8. Du darfst meine Nummer 9 werden. Ich sehe schon, ich sehe schon mal einen Schaumkraut. Das ist doch gar nicht. Ich sehe schon, ich sehe schon mal einen Schaumkraut. Ich sehe schon mal einen Schaumkraut. Guck mal hier, Nummer 10. 12. Und 2 brauchen wir jetzt noch. Das sind die 2, wo der Anna uns geklaut hat. Wären wir jetzt durch. Auf der anderen Seite müssten jetzt auch gleich nochmal welche kommen. Und dann haben wir sie. Nee, nee, nee. Hat sie. Wird irgendwie den Schnupfen nicht los. Da hinten ist ein Schwein. Und da ist das zweite. Sehr schön, wenn uns das nicht nochmal jemand klaut. So du, volles Dutzend, komm her. Das war unser Schweinchen. So nebenbei noch mitgemacht. Das ging ja jetzt in einem, nee. Gibt wieder eine ganze Ladung Pünktchen. Jetzt wende ich diese Dings da vollkriegen. Ach. 7200 Geld haben wir. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nur leid, dass ich ein bisschen verschlupft bin. Aber ja. Nein, 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 nein. Ich will mal zu früh abbiegen. Habe ich für dich schon was gemacht? Nein. Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache nun unterstützen willst. Die haben wir noch nicht gemacht. So, Entdecker fertig. Wildschweine fertig. Entdecker fertig. Entdecker fertig. Entdecker fertig. So, dann hätten wir wieder Entdecker. Nochmal Entdecker, Entdecker machen. Ähm, dann haben wir gesagt, das müssen wir noch 10 Satin machen. Das können wir. Ne, da nicht. Das reicht ja nicht. Ne, wie war das nochmal? Wir brauchen 4 Leinen. Also muss ich 40 Leinen machen, ne? Weiter machen und dann nochmal Satin. Das Zeug Hammer genug. So. Keine Ahnung. Nein. Nochmal Satin. Jetzt 40. Okay. So, dann haben wir jede Menge Hühnchen geholt. Mal gucken, ob das reicht. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie viel ich brauche. Und den Dinger machen wir nur eins. Da nicht, da nicht, da nicht, da. Okay, Kochkunst 58. Was wir jetzt schon alles gelevelt haben. Ah, da brauchen wir nur eins. Okay. Wieso läuft denn das schon? Kräuter und Obstvorräte. Und Kohlenhydrat-Dingsbums, was auch immer das heißt. Irgendwie noch mal gucken. Was fehlt uns denn? Pasta. Kann ich Pasta? Kann ich Pasta? Mehl. Kann ich Mehl? Kann ich. Ich habe extra Mais gesammelt, ne? Damit ich mal Mehl machen kann. Ich habe mein erstes Mehl gemacht. So, und jetzt noch mal. Pasta. Einmal Pasta herstellen. Hat das gereicht? Wer ist gerade nicht? Bin ich nicht aufgepasst. Kohlenhydrate? Fünf! Und fünf Bode. Ach du Scheibe. Also das Ganze nochmal. Erstmal Mehl machen. Äh. Ja, machen wir mal zehn Mehl. Das ist ja schon komplizierter, das Ganze zu kochen. Diese Dinger da. So. Wie nur drei. Weil ich kein Eier habe. Scheiße. Äh. Muss ich irgendwie noch irgendwo ein Ei ergattern? So ein Brot. Blumenkohl? Ernsthaft? Nee. Wieso habe ich keine Hefe? Ich hätte geschworen, ich habe tonnenweise Hefe. Wuthähnchen? Nee, aber die... Ja, die schnachte ich ja wie wild, aber ich finde nicht so oft Eier. Wieso habe ich keine Hefe? Ich hätte geschworen, ich hätte tonnenweise Hefe. Ja, wie gesagt, ähm, leider habe ich eins zu wenig gehabt. Hm. Ja, Moin, Sabi. Also, dass man hier eine Stunde heute länger schlafen kann, ist ja gut und schön, aber das Weib hier kommt ja gar nicht mehr aus dem Bett. Komm, wir warten. Nein, Scherz. Ich hoffe, es geht dir gut, Sabi. Das war ein Scherz. Es geht dir hoffentlich gut. Was muss ich denn hier? Rosmarin haben wir auch keinen. Oh Gott, wo verschwindet das Zeug hin? Nein, ich habe doch davon immer Tonnenweiß. Nee, ich stimme mal in einem anderen Lager drin. Wo verschwindet das hin? Zum Schwimmen. Ach du, hier ist es. Na dann. Also gut, dann können wir von dem ganzen Krimskrams nix machen. Bei uns überall üschen was fehlt. Ich sammle Tonnen weiße Kräuter und Zeugs und habe trotzdem nie genug. Schon witzig. Nee, 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 nee. Oh, was habe ich denn da? Eine saftige Schweinehaxe. Eine richtig schicke. Oh, Zucker. Milch. Thymian. Kann ich jetzt alles raus? Eine Wollnütze. Ne guck. Zerlegen. Was ist das da? Auch ein komischer Hut. Zerlegen. Öffnen. Schließen. Zerlegen. Guck mal nach rechts in einer anderen Stadt rumgömmelt. Wie gesagt, ich gehe mal davon. Achso. Das liegt garantiert in einer von meinen anderen Städten. Ähm. Da, 77 Hefe zum Beispiel in Königsfels. Und wo hatte ich noch aus Versehen was reingeschmissen? Ich glaube ein erstes Licht. Genau. Da habe ich vier Hefe. Aber da könnten auch Eier rumfliegen, oder? Würde mich nicht wundern. Hier nicht. Hier liegen noch elf Eier rum. Und sogar richtiger Käse. Jööö. Wo ich den auch immer her habe. Ich hab überall irgendwas rumfliegen! Schlimm! Guten Morgen, Maggie! Auch schon ausgeschlafen. Dummerweise bin ich in einer anderen Fraktion, wie die zwei Städte, die gerade spannend sind. Dann gibt's ja hier bestimmt neue Aufgaben. Nee. Ich wollt aber jetzt... Nein, 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 nein. Steinmetz? Ach, wo ist es denn jetzt? Kleider machen. Nee, Webstuhl brauch ich auch nicht. Nein, nein! Wo sind jetzt schon wieder die Werkstatt? Ist das alles nicht die Werkstatt? Ich werd's nie lernen. Da ist sie doch. Jetzt können wir Körbchen herstellen. Wir üben unser erstes Tischlereizeug. Die sind sogar unterschiedlich. Wieso sind die schwerer als die hier? Muss ich das verstehen? Du hörst mich jetzt gut. Das ist schön. Das ist schön. Egal. Es sind unterschiedlich schwer. Ja. Haben wir hier unsere ersten Schreinerei-Pünktchen generiert. Ne, ich hab die ja alles zeitgleich gebaut. Keine Ahnung, warum die unterschiedlich sind. Ja. 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 Schreinerei-Pünktchen. Ui. Die sind hier richtig was wert. Zur Abwechslung. Wie Angebotsgebühr, manche Schweine. die verkauft kriegen macht nix die körper waren unterschiedlich schwer die ich hergestellt haben die eine 1,8 kilo die anderen drei kilo hier hier sieht man es jetzt nicht mehr hier sieht man es nicht mehr die hier waren mit drei kilo eben und die hier mit 1,8 jetzt stehen sie alle gleich keine ahnung ja und die haben mich ja gleichzeitig hergestellt und du musst das muss einen anderen grund gewesen sein ist ja egal mal gucken ob man sie verkauft kriegen so eine menschheit das einfach nur komisch gesteckt okay schon wieder ein gebietsruf stufe 15 nur noch fünf stück hier new world ist aber spannend mecky also wir machen das ganz gerne immer wieder mal nur fünf level brauche ich noch dann kann ich mir so ein haus kaufen und 400 gold und 400 gold federn haben wir wirklich genug rumfliegen so ich habe die dinger gemacht das heißt ich kann mich noch mal an satan stellen 40 satan das waren immer ein leinen die vier leinen die waren das vier leinen das sind 160 leinen so viel krieg ich gar nicht zusammen müssen wir immer noch in haufen dachte ich schon mir hätten unmengen gesammelt wie wieder gebietsruf verfügbar das ging ja fix das ging ja fix und wir haben fast fast die nächste so können wir weitermachen und schaffen das ja bald das schaffen wir ja bald so was habe ich jetzt gesagt wir brauchen noch für 30 satan krims krams müssen wir noch tonnen sammeln und das lager droht bald wegen überfüllung geschlossen zu sein ich krieg die krise ich krieg die krise ich krieg die krise perfekt gut nicht erst mal muss ich eine truhe haben dann habe ich mehr platz das dauert noch aber hauptsache ich habe dann schon wo mein häuschen da wollte ich nicht hier da offen ich Guten Tag, ich bin schon wieder da. Zu langsam. Du spielst ja auch Esso und es hat ja auch ruhige Momente. Hä? Es ist nicht die Höhle, wo ich hin soll. Egal. Lauf ich mal weiter. Du hast noch keinen Esso. Ich spiele eigentlich nicht wirklich hektische Sachen. Egal ob Conan oder irgendwas, bei mir wird nichts hektisch. Kann ich nicht brauchen. Ach, Mietze. Sei doch nicht dumm. Man kann alles in seinem eigenen Tempo spielen. Und wenn es irgendwie machbar ist, entschleunige ich auch alles. Dein Herz ist mir da sehr dankbar für. So. Hier ist unser Dickerchen. Komm her. Kennst du das doch schon. Kurz krank machen. Dann geht das schneller. Ja. Oh. Würde ich auch sagen. Ich bin ein alter Wulsch. Achso, weh und weh. Nö. Für mich ist das Erforschen und das Erkunden und das Erleben wichtiger, wie im Morgen Level 100 zu sein. Das ist, ähm, ne. Das Spiel fühlen ist viel wichtiger. Als wenn durchhetzendes hasse ich wie die Pest. Die kleine Ader, die lassen wir stehen. So. Aber wie gesagt, da hat ja jeder seine eigene Spiele, weil sonst wäre ja langweilig. So, und das war das. Jetzt müssen wir so rüber, oder? Genau. Wenn wer mir schon länger zuguckt weiß, dass ich da eher ruhiger bin und mir viel Zeit lasse und mich mit Krimskrams beschäftige, wo alle anderen sagen, boah, das ist doch langweilig. Kann ich noch gar nicht. Okay. Oh, ich bin mir sicher, die Rüstung würdest du auch bekommen, wenn du langsamer Max-Level hättest. Aber streite ich mich nicht. BOW-Leute sind irgendwie komisch. BOW-Leute sind irgendwie komisch. Jetzt kriege ich gleich HAU. Wenn ich WoW sage, dann meine ich nicht einen alleine, dann meine ich WoW. Ich selber habe noch immer keinen WoW, also stehe ich auch zu. Wann willst du den jetzt für mich? Kleines Mistvieh. So. Ist nicht meins, absolut nicht. Das haben wir noch gar nicht. Papa, ich habe in letzter Zeit wieder Peches gesehen. Du wirst es mir nicht glauben, aber ich schwöre, es stimmt. Sie hat die Zuckerwürfel gefressen, die ich rausgelegt habe. Sie ist weggelaufen, als ich mich näherte, aber ich würde sie jederzeit wieder erkennen. Ich weiß, dass du immer noch wütend bist, weil sie mir den Arm gebrochen hat, aber das war nicht ihre Schuld. Ich glaube, dass diese Insel sie irgendwie wild gemacht hat. Ich werde sie nicht aufgeben, Papa. Sie ist zwar nur ein Pferd und hat mir wehgetan, aber sie ist trotzdem meine beste Freundin. Ich glaube, dass sie mich noch nicht aufgegeben hat. Ich glaube, dass sie gerne zurück nach Hause kommen würde. Okay, der Junge und sein Pferd. Ich habe tatsächlich das ein paar Mal probiert. Mein Bruder hat mich mal eine Zeit lang versucht, mich damit anzufixen. Ich kann mich dafür nicht begeistern. Ist halt einfach so. Trotzdem war ich mir nicht zu schade, meinem Bruder beim W&W-Spielen zuzugucken, als er noch gestreamt hat. Auch wenn ich das Spiel total doof finde. Das eine hat hier mit dem anderen nichts zu tun. Ich habe ein lecker Schweinefleisch und ein lecker Hühnchen schon gemacht. Jetzt haben wir Mais und Kartoffeln. Ja, wunderbar. Ja, ich weiß, dass ich ein Nudelholz habe. Ja. 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 was die Insel mir bieten könnte. Sogar die Existenz des Außenpostens in der Nähe stört mich. Der brausenlose Verkehr der Händler und die Parktiere auf den Straßen, das Zusammenraffen und das Verteilen von allem, was die Insel zu bieten hat. Es muss noch mehr geben. Irgendwas, dem ich mich widmen kann. Ich fürchte, dass ich ewig hier weiterleben werde. Ohne Ziel. Okay. Moment, geht gleich weiter. Ich muss dem kurz mal manieren beibringen. So. Ich fürchte, dass ich ewig hier weiterleben werde. Ohne Ziel. Ich weiß nicht, warum die Insel meine Frau und meinen Sohn nicht wieder zum Leben erweckt hat. Im Gegensatz zu so vielen anderen. Vielleicht waren sie das Leben hier schlicht überdrüssig. Vielleicht wurden sie meiner überdrüssig und sahen hier keine Zukunft mehr. Ich werde es wohl nie wissen. Eines weiß ich aber ganz genau. Wenn ich meine umherrasenden Gedanken nicht auf etwas fokussieren kann, werde ich vielleicht den gleichen Ausweg wie sie anstreben. Oje, das klingt aber sehr depressiv. Ja, heidanei. So, ich muss aber in die andere Richtung. Da wird man einfach gestört, wenn man am Nächsten ist. Geht ja mal gar nicht. Unverschämtes Park da. Ne, 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 ne. Und der Bengel lässt das schöne Huhn liegen. Das macht man doch auch nicht. Ne, ne, ne. Ja, na, 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 na. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Im Übrigen sammle ich natürlich nur so viel, damit ich euch die Sachen, die es zu sammeln gibt, zeigen kann. Das wisst ihr ja schon. Das ist jetzt nicht, dass ich da so einen komischen Sammelticket hätte oder so. Nein, ich muss euch das hier nur zeigen können, was es so alles gibt. Wollte ich mal erwähnt haben. Ja, ja. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Natürlich, ne. Ist doch logisch. Man hat ja so eine gewisse Verantwortung als Streamer. Damit ihr auch wirklich alles seht und so, ne. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Klar, ne. Ich wusste doch, ihr versteht das. Du, 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 das ist was anderes, ne. Ihr müsst das ja hier sehen, ne. Ich mein, was es so alles gibt und so. Dieses Land ist beeindruckend. Wir haben erst vor kurzem unsere erste Ernte gepflanzt und alles ist bereits voll ausgewachsen und reif. Mais, Kartoffeln, Karotten, Speisekürbisse. Es gibt alles. Und Fische. Ich konnte sie mit den eigenen Händen aus dem Fluss fischen. So viele waren es. Wir werden hier niemals Hunger leiden. Meine Angst vor Missernten und harten Monaten, keine Angst vor Missernten und harten Monaten mehr, in denen es nur Kartoffeln und Hasserkritze gab. Wir befinden uns tatsächlich im Paradies. Das klingt doch toll. Aber da ist keine Kiste. Hau mal, sowas kann man hier auch sammeln, ne. Sowas Hübsches. Wie du hörst mittendrin auf. Spinnt es heute wieder rum. Was ist das denn? Tun? Ich bin für zweit weg. Noch mal zurück. Ja. Wir sind da irgendwie dran vorbeigewetzt. Juhu, wieder Hanf. Müssen wir ja noch für Quest haben. Ganz schrecklich viel davon. Ich glaube, so um die 500-600 Stück brauche ich mindestens wieder. Erstmal was sie nie genau. Ich glaube, so um die 500-600 Stück brauche ich nicht mehr. Ich sehe da so auf Anhieb nix. Ich sehe da so auf Anhieb nix. Das ist auch nix. Ich muss doch tatsächlich zu diesem Gerümpel hier. Ich sehe da so auf Anhieb nix. Das ist nix. Da ist ein Püste. Das ist nix. Da ist ein Püste. Da ist nix drin. Alchemistische Erkriegenskrams. Ne, doch nicht. Sind denn jetzt die ganzen Kisten verstoppelt? Neida, kann man das Lager hier nicht benutzen. Das haben wir anscheinend schon gelesen. Okay. Gucke ich nicht dran? Da kann ich rein. Nein, ich nehm dich nicht auf meinen Arm. Vergiss es. Du bist hässlich. Unbeschässlich will ich nicht. Da ist noch ne Kiste. Da komm. Was? Ne. Sieht aus, als wenn zwei Kisten übereinander stehen, oder? Oh, ich habe wieder Geschirr gefunden. Also Möbel. Das sind noch zwei. Ich muss nur drankommen. Wie doof ist das denn? Nein. Ja, guck. Wir haben ein Geschirr gefunden. Ne, das ist ein hässliches Ding. Das will ich nicht. Das haben wir auch schon mal gelesen. Oh, hallo. Geh weg. Ein Fleisch. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Dreckiges Geschirr. Jetzt sind wir voll begeistert, oder? Wenn wir jemals eine Spüle haben, haben wir schon mal dreckiges Geschirr dafür. Wahnsinn, oder? Das haben wir noch nicht. So, Dark, zeigte mir heute etwas höchst Interessantes. Er nahm mich mit nach draußen zum Waldrand. Eine Frau und zwei Männer tanzten dort. Ihre Gesichter zeigten keinerlei Bewusstsein für ihre Umgebung. Ich nahm an, dass er und die anderen Gläubigen die Tänzer von der Bevölkerung ferngehalten hatten, um eine Ansteckung zu vermeiden. Ich versuchte, mich den Tänzern zu nähern, aber er hielt mich mit einem eisernen Griff am Arm zurück. Er erzählte mir von einem Buch, das er einst gesehen hatte, in dem es ausschließlich um den Smaragdkönig ginge. Es sagte dies nur, um mich von den Tänzenden wegzulocken. Und es funktionierte. Die Geschichte von den Leuten, die sich tot tanzen. Jaja. Die haben wir jetzt schon an ein paar Stellen gefunden. Berichte darüber. So, rüber müssen wir dann. Okay. Wenn jemand noch Berge von Hanf sieht. Ich brauche noch. No, 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 no. Ich sehe immer gerade keins. No, 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 no. Das ist eine kleine Ladung. Besser wie nix. Besser wie nix. Mit das bisschen, was ich habe, das reicht noch nicht. Ich war zu faul zum Rechnen. Aber es müssten so ungefähr 500 Hanf sein, die ich noch brauche, also anschleppen muss. Und 200 Unkrat habe ich erst. Steht da hinten noch welches? Ja, das sieht so aus. Ganz viel Hanf. Erstes große. Wir erinnern uns so an die ersten Tage, wie so Sachen wie Hanf chronischer Mangel waren. Da ist noch... Ich wollte Kräuter haben, danke. Ingwer. Naja, das war jetzt nicht das, was ich brauche. Nochmal Ingwer. Guck mal, das wird doch... Sagen wir schon um die 400. Da hinten sehe ich noch mehr. Kriege ich hier doch noch zusammen. Dann können wir diese Aufgabe mit dem... Mit dem Satin auch noch fertig machen. Hat ja keinen Schaden, Disney. Vor allem sehe ich die tatsächlich besser oder schneller auf dem eigentlichen Bild, als mir da oben auf der Leiste, mir das anzuquälen, bis ich sie dort gefunden habe. Schade. 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 Ich brauche... Was war das? Thymian? Ne, ne. Achso. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, Minze ist ja schon mal nicht schlecht, aber... Stufe 36 geworden. Danke, Nama und Hallöchen. Danke, Nama und Hallöchen. Aha. Das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. extra hin. So, wir haben jetzt 600 Fassern gesammelt. Ich würde sagen, wir händeln auf jeden Fall genug für diese eine Quest. Die dann nimmt man natürlich noch mit. Wie schön, was wir jetzt alle schon schleppen können. Ich habe natürlich völlig die Orientierung verloren, wie immer. Ich wollte lauter sammeln. Na, 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 na. 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 Jetzt noch ein paar Bräuterlies. Die nennen wir Omo noch mit. Sicher ist sicher. Die haben gar kein Beizeug. Na, doll. Da bin ich doch herkommen, oder nicht? Kein Kommentar. Die muss ich wohl da nennen. Was gibt es bei euch so heute am Sonntag, an Halloween, was auch immer, zu futtern? Nein, Mickey, werde ich jetzt nicht auf die Idee kommen. Ist doch egal ob morgens, mittags, abends, ihr Hauptmahlzeit werdet ihr doch essen. Mit dieser Ausrednung. Kürbissuppe hier, geil. Das passt natürlich heute. Das wird dich gleich auf den Grill hoppen, Wotschi. Hast du verpasst? Wir haben langsam Hunger. Was gab es denn zu essen, dass wir wissen, mit was du gefüllt bist? Das war's. Das stellen wir dann schon fest. Zwangsjahr 120, glaube ich. Träume, Hallöchen. Erzähl Wotschi, was hat es bei dir heute gegeben? Und noch 30. So, dann haben wir schon mal ein Satin. Das wird doch langsam. Guck mal, Entdecker haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Satin haben wir gemacht. Das können wir wieder annämmen. Schon wieder Satin. Langsam. Wie ist das schon verdächtig? 15 Feuersteine. Das können wir jetzt so nebenbei gemacht. Gut. Wie bei Zimmern mit dem Gebietsruf. Drei Viertel. Ne Träumi spielt Stoche am New World. So, mach der Ausrufezeichen Server, dann hast du alle wichtige Infos. Dann kannst du das feststellen, ob das so ist oder nicht. Halt. Also. Ich hab das fehlende Ei. Jetzt brauch ich nur noch Hilfe. Ich hab das fehlende Ei. Jetzt brauch ich nur noch Hilfe. Warte, dann konnte man nicht Hefe sogar herstellen. Jetzt muss ich mal gucken. Ähm. Ähm. Da nicht. Küche. Nö. Doch nicht. Ich hätte gedacht. Na gut, dann nicht. Dann nicht. Die Infraktion passt schon mal. Ja, wenigstens etwas. Mein Schwert. Mein Schwert. Wähle, wie du unsere Sachen nun unterstützen willst. So, dann können wir mal noch Fraktionsaufgaben wenigstens einmal machen. Warte mal, stopp. Tagbuch. Taktion. Königsvielz. Immerfall. 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 Königsvielz. Königsvielz. Erstes Licht. Erstes Licht. Erstes Licht. Ente Messer. Da sind sie einmal. Windkreis zweimal. Da muss noch einer sein. Und Windkreis. Der ist schon angeheftet. Gut. Ja, dann würde ich sagen, dann musst du den Server wechseln. Hähem. Hähem. Hä? Steuershundpaket. Da ist das. Entdecker gesucht. Entdecker gesucht. Entdecker gesucht. Ja, aber das hier ist ja auf jeden Fall schon mal. Wieso hat ich denn jetzt schon wieder die Ausgrabungen drin? Ist das doch ne... Die Ausgrabungsdinger gehören wohl zur Fraktionsaufgabe. Ich krieg die ja schon wieder angezeigt. Nö, musst du natürlich nicht. Das war ein Scherz. Das ist ja deine Sache, wo du spielst. Die Sachen wurden damals halt... Habe ich schnell schnell aufgebaut. Für die Community. Und wer will, der will. Und wer nicht will, Pech. So. Wie sieht's aus? Wollt ihr nochmal Dungeon? Na ja oder nein? Wenn, wenn jetzt so ruhig mir herausgesetzt das sind, Leutchen. Wo anscheinend... Ach guck mal. Meep. Ne, das war's nicht. Company. Ich kenn dich ja nicht. Ich kenn dich ja nicht. Die, wo ich schon ein bisschen besser kann, die wissen das. Bäh. Du magst keinen. Okay. Kein Problem. Da muss ich mal auf Gebiet umschalten. 38, 38. Ich bin 36. Okay, abgelehnt. Okay. Sind wir immerhin schon mal zu zweit. Hier, wie gesagt, so wie es aussieht, muss ich da für die, ähm, für die, ähm, Fraktionsdings, der hat sich nur verklickt mit der Ablehnung, das ist schon mal gut zu sehen. Dann probieren wir's mit dem noch. 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 Wartet, ich muss den Stab noch ändern. Kann nicht geöffnet werden? Ich muss den Stab noch ändern. Ich habe doch einen Stab. Ja, aber ich habe doch so einen Stab. Was für eine Sphäre. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ah, jetzt. Nee, egal. Wir sind drin. Wir sind drin. Wir sind drin. Das muss man nachher nochmal zeigen mit dem Arcana. Wir sind ewig lang im Ladebildschirm. Echt jetzt. Ja, das müsst ihr nachher nochmal zeigen. Im Moment muss ich erstmal aus dem Blöde Ladebildschirm. Die sind bestimmt schon drei Kilometer weit. Hilfe, nimmt mich mit. Da nicht. Nimmt mich mit. Flitz. Flitz. Rennen. Saus. Oh, nee. Echt jetzt. Ich stelle mich ja heute wieder ganz toll an. Wenn man sich beeilen will und dann schon in den Tod springen ist sehr intelligent. Wie geht denn das hier? Wie geht denn das hier? Wenn man sich beeilen will. wo sind die denn verflixt? Nimmt mich mit. Ich dachte, die hat er schon. Okay. So. Jetzt erklär. Wieder entstressen. Was war das? Wir sind fast nur Nahkämpfer. Okay. Was macht denn der da? Die da? Ich auch. Blubber blubber blubber. Irgendwo war die Kiste. Ich seh nix. Leute, ich will hier raus. So. Blubber 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 blubber. So geil wie über einem die Blubber Blasen sind. Die einen rennen vor. Der andere hängt noch hinterher. Leute. Nehmt uns doch mit. Dann fehlen mir nachher wieder die Knochen und ich weiß nicht warum. Ich habe einen kleinen Knochen. Ich hole mich. 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 Und diese komischen Geister hier, seht ihr? Die brauche ich für die Fraktion. Der hatte so einen blauen Büppel. Ja, dann lass dir dein Frühstück schmecken. Das ist nix für mich, aber der da... Er ist übersetzt, gut. Er ist bestimmt wieder so ein Geist, der mich machen muss. Er stirbt einfach, sehr schön. So. Haben wir geschafft. Weiter geht's. So. Wie der zappelt. Sieht ja mal gezappelt. Sieht kaputt. So, das ist kaputt. Sehr schön. Mit jedem Mal wird's ein bisschen leichter. Wander ein bisschen. So. So. Das ist meins. Alle da? Gott. Das sah noch so aus. Da ist die Kiste. Ich wusste, es gibt eine. Ich hab nur falsch geguckt. Dankeschön. Dankeschön. Armen krabbeln. Irgendwas fehlt uns. Achso. Warte. Ich komme mit. Wo ist denn der jetzt hin? Ey, nicht nochmal. Was? Den wollte der. Schaffen wir den zu zweit? So, krank gemacht und verkrüppelt haben meine zumindest schon mal. Gut. Okay, dann gehen wir wieder hoch, nämlich schon. Der hat ihn auch geschafft. Was ein Kram. Wo ist noch ein Knochen? Ich sehe nicht, ob ich drei Knochen habe. Wenn nicht, habe ich halt Pech. Wenn nicht, das erste Mal, dass ich nicht alle habe. Vorne habe ich jedenfalls gerade einen Knochen geholt. Bleib da, bleib da, bleib da. Die Gärten da. Gebe ich den Knochen, danke. Gebe ich den Knochen. Ist aufgeräumt. Gebe ich den Knochen. Was die zappelt. Gebe ich den Knochen. Ein bisschen lauter. Für den Nachkörper kommt die Schirr nicht weg. Die Prepare of Himen Hier ist Tod. Kurze heilen. So. Stirb. Gut. Kiste gelootet. Sehr schön. Oh, ich bin leicht. Oh! 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 Jede Menge Krems kamst. Uh! Stufe 54. Ich müsste theoretisch jetzt die Knochen haben. Ich müsste theoretisch. Juh, das war das. Komm her, du Zappelvieh. Danke schön. Krä, krä. Ankrabbeln für den nächsten Todespunkt. Wir kennen das. Bleibst du wohl da? Jetzt sind wir schon beim Kippen. Was? Nein! Hm. Hat der da Hufen? Ernsthaft? Autsch. Der hat mich aua gemacht. Darf der das? Der hat mich voll aua gemacht. Aua! Du Mistvieh. Ein guter Heiler wieder dabei. Sehr schön. Juhu! Ja, perfekt. Der soll sich doch voll was schämen. Das macht man doch nicht. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Was? Ich glaube... Nee, da war doch... Genau. Nee. Kriege ich das nur einmal. Egal. Wir haben es wieder geschafft. Nix da haben wir ein bisschen Haue gern. Du weißt ja, wie das endet. Dass du nämlich die Haue kriegst. Ne? Du weißt ja. Ich kenn das Lied. Am Schluss gibt's ordentlich eine drauf. Ja, ja, ja. Bin ich wieder drei Stunden im Ladebildschirm ernsthaft? Juhu! G'schafft! Juhu! Ein Rüstungskoffer. Dankeschön. Machen wir später. So. Waiu, waiu, waii. Was ein Haufen Zeug. Ein makelloser Jaspis. Wow. Ein brillanter Diamant. Was haben wir tolle Sachen gefunden. Ein brillanter Topaz. Oh, ja. Kinas. Wir haben hier richtig geile Sachen gefunden. Was ist das? Ektoplasma. Okay. Okay. Ich bin schon cool. So, die Kruba hat sich schon aufgelöst. Sehr schön. Dann... Warte mal. Das müsst ihr ja hier... Wie, nee. Das haben wir doch jetzt alles gemacht. Wieso hat das nicht gezählt? Eins hat nicht gezählt. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch alles dort besiegt. Muss ich nicht verstehen. Na gut. Dann halt nicht. Ja. Ja. Da muss ich glaube ich jetzt hin. Dann. Zu dem Ding da wahrscheinlich. Habe ich es dann schon? Ach, Mieti. Ich hätte es dir erspart. Ich schwöre nicht. Ich wollte dich nicht. Nee. Truhe. Truhe. Okay. Nie Truhe durchsuchen. Natürlich ist es jetzt wieder die Fallschule. Wäre ich anders rumgelaufen, hätte ich so rumlaufen müssen. Den haben wir schon mal gelesen. Blasebalken, ne? Das war das, was ich gebraucht habe. Perfekt. Wie gut wir sind. Wie gut wir sind. Und Treppen runter. Und Kreideaus durchlatschen. Das ist sehr süß. Ja ne 말�powers mehr sind denn mit ihrem Fenster befestigt. Ja, das war das, hat sich dann aus Messer befestigt. Fertig, dass Echt Level einsró cable lottery ist so. Vielen Dank. Wo bin ich denn jetzt? Hier vorne ist die Stadt, warum nicht klein? Warum nicht klein? Das sehe ich mir hundertmal verlaufen. Nein, 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 steckt die Axt weg, müssen in der Stadt. So, was ist das denn? Das kommt raus, das kommt raus. Jede Menge Edelsteine, ich kann wieder Edelsteinfummelei machen. Das verlaufen ist voll und ganz... Das mache ich in jedem Spiel. Ich habe einfach keinen Orientierungssinn da irgendwie. Und trotzdem komme ich immer an. Irgendwie schaffe ich das dann immer nach 300 Versuchen. Es muss ja gehen, ne? Aber bis ich das halbwegs gelernt hatte... Gott, Bran kann da ein Liedchen von singen, bis ich das geschnallt hatte, wie das funktioniert. Schimpf, Fluch, Flift, Zeder. Bran ist der, der Donnerstag, das mit mir eher so spielt. Den kenne ich schon 10, 12 Jahre, alle möglichen Spiele. Ja, stimmt, das geht ja. Längst du, längst du, längst du. Dann behalten wir den Clown und den zerlegen wir. Ja. 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 nun muss gehen das spiel noch mit der klamotten los so viel geknickt so schön es ist ja mal viel weiter wenn es nur so viel klickerei das ist ja mal eine Art der Abwechslung tatsächlich besseres Schuhwerk als ich anhab mal wieder so viel und so viel jetzt hier jetzt hier jetzt hier jetzt hier jetzt hier Du liebes bisschen. Du liebes bisschen. Schafft. Das ist ein Haufen Zeug, oder? Jetzt haben wir schon 800 Reparaturdinger. Den können wir ja reparieren. Den mal gerade reparieren, wenn wir schon mal dabei sind. Der Recht geht noch. Das können wir mal gerade reparieren. Jetzt haben wir auch viel gebraucht. Sunkinus. Questen abgeben. Was die vor sich hin zappelt. Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache unterstützen willst. Besser wie nix. Oh, ich bin bald. Bald Stufe 3. Bald. Nicht mehr viel. So, das haben wir fertig. Und wir haben wieder ein Dingsbums Rohholz. Das können wir ja. Wir wissen ja mit dabei, wie es geht. Wir haben wieder einen Gebietspunkt. Ruf 17. Bald. Ruf 17. Grundsteuer. Wenn wir hier ein Haus holen. Mach das auch Sinn, ne? Nein, nein, nein. Kinos. Weißkiste. Nö, nicht hier. Wieso habe ich nur 2 von 4 Abscheundigkeiten? Das verstehe ich nicht. Egal. So, und jetzt habt ihr gesagt, beim Steinmetz muss ich was machen. Einstellungsführer. Wie habe ich das geschrieben? Die da meint ihr dann, ne? Bedärmte Stückchen habe ich erst 7 von 10. Ein Meißel? Muss man kaufen. Okay. Steinklöcke. Kann ich machen. Ein ewiges Herz. Wo komme ich denn? Kriege ich denn das her? Desst. Desst. Am. Und. 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 Das Herz ist Akano, oder was? Webstuhl, Kleidermacher, oder was? Dieses Werkstatt, wo ist denn dieses lustige Akano? Wow! Nein, hier mal nicht. Das sieht hier aber nicht so wirklich damit aus. Das sieht hier 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 aus. Viel zu niedrig. Ich habe gerade gesehen, ich hätte gerade genug Geld für ein Haus zu kaufen. Theoretisch. Und ich weiß nicht, ob ich dann gleich schon Steuern zahlen muss, oder ob das hier später kommt. Ich warte hier noch. Das sieht hier aus. 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 Ewiges Herz. Das wird auch in der Steinmetztiche hergestellt, Sabi. Hier ist ein ewiges Herz drin. Da fehlen mir aber noch Todespartikel für das Herz zu stellen. Da habe ich erst die Hälfte. Lebenspartikel und Seelenpartikel habe ich genug, aber Todespartikel nicht. Okay. Also das Herz kann ich auch hier herstellen. Schon mal gut. und den komischen Meißel. Wahrscheinlich hier nicht. Der ist wahrscheinlich in der Werkstatt, könnte ich mir vorstellen. Wo ist jetzt die Werkstatt? Hier? Das ist die Holstingsbums. Hier muss zu finden. Da. So. Hier nach der Meißel gucken. Nein. Hier ist kein Meißel. Hä? Ach ja. Das stimmt. Das musste man einer Fraktion kaufen. Stimmt. Und das Herz und die Fähre selber macht man beim Steinmetz. Und da fehlt, wie gesagt, Material. Und ich brauche noch so komische... Ach, wie hälschen die Dinger jetzt nochmal? Warte. Von denen da. Verderbte Stückchen. Da brauche ich auch noch welche. Gut. Gut... Gut, gut... Die Edelsteine nimmt er sich nicht aus dem... Die Edelsteine nimmt er sich nicht aus dem... Ich hatte irgendwo mal Ringe angefangen. Schmiede war es nicht. Bei der Weberei war das, ne? Kleidermache. Da war das, ne? So, jetzt habe ich zwar gute Edelsteine, aber ich muss die immer noch eher stinksen. Okay. Muss ich jetzt noch schleifen. Und dann kann ich mir hübsche Ringe machen. Ja, aber jetzt nicht. Ähm... Häuschen. Achso, ich habe zwar das Geld, aber mir fehlt ja noch... Mir fehlt ja immer noch Gebietsruf. Drei Stufen. Ermüdend. Wenn man so gezielt nur wegen einer Sache rumrennt. Ja. 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 Was? Frecher Kommentar. Wir Frauen können doch einkaufen. In welcher Beziehung? Was sollen wir einkaufen? Hier Feuersteine sammeln. Da war hier noch was. Ach so, ja. Wenn das immer so einfach wäre. Wenn das immer so einfach wäre. Nee, die will ich jetzt nicht. Schon nur ein bisschen Stein. Von meinen Augen hat sich ein Hase materialisiert. Oh Gott, das ist ja noch niedliches Alter. Ja, mit dem Alter sind sie ja noch niedlich. Meistens. Singen sie einfach. Macht mal schöne kleinen Zwinker mal kurz. Und die meisten Männer gehen dann freiwillig und kostenlos mit dir. Was denkst du, warum wir Mädels in den meisten Spielen auch so knappe Sachen anhaben? Die Kerle kriegen Steilaugen und wir hauen dann dort, wo es weh tut. Ja, natürlich ab in die goldene Mitte. Ich meine, das lernt man schon. Zumindest wenn man Brüder hat, lernt man das schon sehr früh, dass das sehr wirkungsvoll sein kann. Um. Ja. 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 Ja, ist klar, nen. Ja. Ist klar. Ja. 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 Zwei auf eins, na guck. Komm Hund. Hier von wegen, da träumst du aber auch nur. Da träumst du aber auch nur von. Das Problem haben wir als Frau hier nun wirklich nicht. Na 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 na. Ja eben weil wir das nicht kompensieren müssen, weil wir sowas nämlich nicht brauchen, weißt du? Wir müssen das auch nicht vergleichen. Außerdem, es kommt drauf an wo du guckst, dann kann da schon was sein. Kommt drauf an wo du hinguckst. Muss ich vielleicht ne Etage höher gucken. Mit dem Vorteil, wenn es oben hängt, kann man Spaß haben. Wenn es unten hängt, wird es schwierig. So. Irgendwo war die Höhle. Wirklich bin ich auch richtig. Ach du dusselige Katze. Ich will doch nichts von dir. Wobei, mit meinem Rheuma, dein Fell könnte mir gut tun. Ist so. Gern, Sabi? Es ist nur ein Unterschied, ob es bei uns hängt oder bei den Kerlen hängt. Der eine kann Spaß haben, bei dem anderen wird es schwierig. Jetzt hat er, da ist er doch. Hallo Teddybär. Wie oft muss ich noch hinrennen, dass ich dich auf Anhieb finde? Zunächst habe ich dich auf Anhieb totgeschlagen. Das ist, ja. Das Werkzeug haben wir auch schon. So, Kines. Das haben wir auch schon gelesen. Dann würde ich dich gerne noch Auseinander nehmen. Einfach nur so. Ein Hirsch gibt 5 Fleisch, ne? So ein Riesenbär nur 2. Also das muss ich nicht verstehen, oder? Wieso der nur 2 Fleisch geben soll, ist mir absolut ein Rätsel. Umdrehen. Okay. Hallo Digger. Ja, ne? Finde ich schon logisch. Komm Mietze Katze, tu was für meine Gelenke, gib mir dein Fell, wenn du mich schon anbrüllst. Was hast du gesagt, Traumi? Und in dem Moment gibst du ihr zu, dass ihr da ja so etwas Probleme haben könntet. Du weißt ja, du weißt ja, der eine ist fürs Geld und der andere ist fürs Liebhaben. Und dann noch einer für Spaß haben. Und dann können wir vielleicht drüber nachdenken, dass es genug ist. Ein Tigerauge. Na wunderbar. Was ist das da oben eigentlich? Kenne ich das schon? Hm. Hoch mit dir. Ich will wissen, ob ich das schon kenne. Loppa. Kannte ich noch nicht. Oder? Hoch mit dir. Ist auf jeden Fall schon mal ne Kiste. Oh, gut. Ähm, also ohne kein Geld, keinen Spaß und in der Welt bin ich auch schlecht. Sussu. Kein Kommentar dazu, oder? Guten Tag. Wahnsinnig viel zu finden gab es hier nicht, aber Hans hat uns mal angeguckt, ob es sich lohnt, da hochzukraxeln. So. Es hilft alles nichts, ich muss mal Kaffee wegbringen, sonst gibt es hier eine Pfütze. Äh, ich mach mal ein kurzes Päuschen. Bis gleich. Hier müsst ihr so nix weglaufen. Nehmt euch schnell auch mal was zu trinken, vielleicht drückt es bei euch ja auch grad und so. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Sέλven. Sperren. Bis zum nächsten Mal. Sperren. 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 Vielen Dank. 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 Ich freue mich. Danke schön für dein Follower. Ja. 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 Danke. Danke. Ja. 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 Danke. Ja. 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 Jetzt haben wir es aber auch. Jetzt haben wir es erwischt, ne? Ach, doofer Wolf. Lass mich doch immer wieder. Ich guck euch eh nur an und ihr fällt dann wieder um. Ich bin ja richtig. Theoretisch. Echt jetzt? Ich bin ja richtig. Ich muss nur runter. Das ist ja nichts Neues. Outsch. Oh ja. Ich bin halt ein hübsches Dingelchen, ne? Lecker Mädchen. Lecker Mädchen. So. Ein Drachenatem. Dann essen wir schon mal was? Da können wir nicht dran vorbeigehen. Hanf brauchen wir auch immer. Ist die Welt gleich hübscher. Na, 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 na. So, was müssen wir jetzt hier machen? Schon keine Ahnung. Ähm. Pirate verhauen und noch mehr Pirate verhauen. Oh mein Gott. Na dann. Ich meine natürlich Klamotten. Also bitte. Schäme er sich. Wir reden hier von Klamotten aus. Handfahren wir hier Kleider, ne? Also, schäm dich. Schäm dich. So. Was habe ich denn hier? Oh, Mondschein. Mondsteine. Ich glaube, die habe ich noch nicht. Mondsteine. So, und ich glaube, wenn nicht gerade jemand zufälligerweise so ein damisches Zelt rumfliegen hat. Ne, natürlich nicht. Oh Gott. Muss ich mir noch eins bauen? Hier darf ich nicht. Ihr Schalen gehen, Holz. Ernsthaft? Wenn du Glück hast, denk dir da dran, dich da wieder rauszuholen, weil ich zu beschäftigt bin. Okay, wir haben uns zur Sicherheit ein wunderhübsches Lager gebaut. Vor allem schöne, bequeme Matratze, ne? Für unterwegs. Kann man abhaben. So. Und theoretisch muss ich jetzt nur Piraten verklappen, oder wie? Nö. Die hier auf jeden Fall nicht. Die hier nicht. Die hier nicht. Hä? Ganz falsch. Ganz falsch. Die hier nicht. Doch da rüber. Aber. Aber. So rüber. So rüber. Alles klar. Da waren wir aber auch schon mal, meine ich. Hähnlichen. Hähnlichen. Komm, ich muss schlafen helfen. Nur so, so. Ihr seid so K.O. so komisch seht ihr aus. Tag. Guten Tag. Die haben wir schon fertig. Echt jetzt? Dann müssen wir da hinüber und müssen dort noch ein bisschen kloppen. Wo auch immer das ist. Was ist denn das Rote? Hä? Was ist denn das Rote? Hm, nur Farbe, ok. Ein schwerer Helm des Betrügers. Hüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü schadet nichts ich glaube ich muss mehr von diesem komischen verderbnis pflanzen da ich wissen wie die gratis sammeln für diese tote spiel dazu kriegen ich finde halt nur hässlich deswegen sammle ich so wenig ich brauche doch tatsächlich das kann ich ja nicht der zurück das war das was wir schon mal wie blöd gesucht haben geld da war irgendwo so eine höhle meine die arme und ganz lang noch da sehe jetzt haben wir todespartikel gekriegt und denen brauchen wir noch keine ahnung 30 stücke oder so so und hier war glaube ich irgendwo so eine blöde höhle die habe ich schon mal wie dumm gesucht ich brauche nur die kerne hier anscheinend einverstanden für heute war es das für den moment dann wäre die höhle und wir brauchen sie nicht ersparen wir uns die da ist aber noch so ein todespartikel dings wums glaube ich ja dann weiß ich wie man die kriegt dann kann ich nämlich bald dieses komische herz bauen und dann kann ich mir auch bald wieder so ein schlüssel machen kein klassischer hotspot was willst du jetzt ich wundere mich warum mir das mittelwein so leicht hier fällt ich bin ja schon level 36 kein jünger bin 12 level größer dann ist das hier schon kein wunder mehr dass wir hier leicht durchkommen wir die dörsteine aus dem äckchen raus kommen wir sind ja nicht so wir sind ja nicht so wir haben gesagt von himmel ist nicht erlaubt nicht ohne zu fragen also wirklich was wenn da jeder kommen dürfte zu mir haben fraktions dinger gemacht gibt es heute wieder pünktchen und da muss ich noch zum entdecker ruf zur straße die hier irgendwo ist da vorne glaube ich da ist sie du musst aber vorher fragen geht ja nicht so ne darf nicht jeder sind Guten Tag! Haben hier ein Problem? Nö, ne? Wir sind so rüber. Bitte ein anderes Wort dafür benutzen. Ganz so krass muss das nicht sein. Auch wenn ich gerne zwei deutsche Scherze habe, aber man kann ja mit der Sprache ein bisschen nett sein. Deswegen ist auch der Mod etwas sensibel eingestellt. So, bin ich denn jetzt? Ah, da. Was der Helle Sonne ist hier? Finden. Kuscheln! Ob ich ihm das glaube? Wo will ich denn jetzt hin, Himmel? Ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Nee. Zumindest nicht vollständig. Irgendwas muss ich hier noch machen. Haben wir das schon genießen? Warte mal die Bubble. Nein, das haben wir noch nicht genießen. Wir kommen gut mit unserer Arbeit voran. Wir haben die Erde unter den großen Sphäre abgetragen und die Zeichen freigelegt, das im Stein eingelassen ist. Mattis Leute arbeiten voller Fleiß und Eifer und es ist gut, dass sie so schnell vorankommen, denn ich weiß nicht, wie lange ich noch mit meinen Talern auskommen werde. Matti wiederum macht sich Sorgen um die Vorräte, vor allen Dingen der Proviant stellt ein Problem dar, denn die Jäger müssen immer weiter vom Lager entfernen, um Beute zu finden. Rolf scheint das irgendwie zu beunruhigen, aber er will nichts genaueres sagen. Er hält sich oft am Rande des Lagers auf und starrt stundenlang in den Wald. Matti behauptet, dass die Zeichen wie das auf der Sphäre schon öfter gesehen hat, und zwar in kleineren Sphären, die in den Außenposten verkauft wurden. Diese sollen von Jägern in der Nähe des Tempels im Osten gefunden worden sein. Rolf zog eine kriwe Masse und meinte, dass solche Kugeln meist nicht im Boden gefunden werden, sondern im Brustkorb von Skeletten, ganz so, als ob es die steinernen Herzen wären. Diese Erkenntnis schien Matti und ihre Leute ziemlich zu verstören. Ich versuchte mehr zu diesem Thema aus Rolf herauszuholen, aber er weigert sich, noch mehr zu sagen. Ich muss eine dieser kleinen Sphären in die Hände bekommen. Vielleicht sollte ich den Tempel aufsuchen, wenn wir hier fertig sind. Okay. Ja klar, nur wie gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Zweideutigkeiten und Witzchen und Zeugs, aber man kann ja eine nette Sprache haben. Ich sage mal, es muss keine Gossensprache sein. Und es dürfte auch aufgefallen sein, dass, wenn ich am rumschimpfen bin, ich mich selbst auch sehr bemühe, eine ordentliche Sparre dabei zu haben. Äh, halt halt. Weil ich denke mal, das muss man nicht machen. Sparbriemen. Sparbriemen. Ah ja, okay. Da sehe ich, wir müssen Kisten finden. Jede Menge Kisten. Guten Tag. Quatsch. Eigentlich könnte ich ja mal wieder meinen, wenn die hier so sensibel sind, könnte ich ja mal meinen Feuerstab wieder in Dings nehmen. Die sind so klein, die Kerlchen hier. So, dann könnt ihr auch noch mal trainieren. Was? Stoffhut der Verlorenen. Okay. Hab ich alles? Ne. Oder? Ja. Ja. Hab ich. Welche Richtung muss ich jetzt? Achso, das Ahnheim-Ding kann ich ja nicht jetzt. Dann wollen wir nach Hause. Dann wollen wir nach Hause. Questen abgeben. Neue holen. Das Spielchen wieder von vorne. Ne, hat sie in den WoW und in den Schuhe. Daher weiß ich, was gemeint ist. In den Gossensprachen hat ich glaube nicht viel zu tun gehabt. Äh, ja. Na, 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 na. Aber mit Schurken kann ich auch was machen. Wo hab ich den dann? Weißt du? Da. Hm? Was? Ich hatte den doch gehabt. Wo war denn der? Kann ich das nicht mehr machen? So kann ich das nicht mehr machen. Dieses Hals-Dingsbums hatte ich doch letztens machen können oder nicht? so. Oder war das Conan? Nee, ich glaub das war das neue Emotion. Conan. Na gut. Na mal, lass mich das noch mal sehen. Was gibst du denn da für ein Zeichen? Stein, okay. Das war ein Conan, den Hals-Abschneider-Zeichen. Da hatte ich das gerade erst gefunden. Boden. Das ist vor ihm. Szuhu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache nun unterstützen willst. Geht doch. Stellenblick, Stolz und Puckett wieder. Perfekt. Das ist schön, Maggie. Maggie, Entschuldigung. Was kostet denn dieses Meißelding eigentlich? Was? Habt ihr eigentlich auch... Äh, Traumi, irgendwie kann ich den Satz nicht so ganz verstehen. Irgendwie... Was genau meinst du? Habt ihr eigentlich New World, dass ihr immer irgendwelche Linien für den... Hä? Bekommen habt, ohne dass ihr ihn mal anschreibt. Irgendwas... Stehe ich im Schlauch, was du meinst? Ich glaube, ich bin zu K.O. schon. Da ist der Meißel. 500 Fraktionsdinger. Okay. Ach, eine Einladung ohne Kommentare. Entschuldigung, ja. Die gibt es doch überall in jedem Spiel. Aber ich kann die nicht kriegen, ganz einfach, weil ich ja gleich am ersten Tag selber die Kompanie aufgemacht hab. Und deswegen krieg ich sowas natürlich nicht. Das Problem gibt es wohl in jedem Spiel, dass die einen einfach einladen und sich zu schade sind, was dazu zu sagen. Ähm, für mich hätte ich das einfach genauso kommentarlos einfach löschen und gut ist. Aber wie gesagt, ich kann die Dinger nicht kriegen, weil ich ja vom ersten Tag an die Kompanie hab. Weil das war ja so das Ziel vom ersten Spieltag, so weit zu leveln, dass ich Fraktion und Kompanie hab und für die Community und dann hab ich Zeit. Äh, ich muss da hoch. Das ist das Problem, kenne ich von anderen Spielen. Und dann so denke ich, hm, okay. Ich weiß nicht mal, ob du meine Sprache sprichst. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Plups, plups, ach, Holz wollte ich hören, seht ihr. Hab ich vergessen. Das haben wir wieder. Äh, den Kruscht machen wir jetzt weg, weil das können wir irgendwie nicht. So, Wölfe, Wölfe haben wir hier ständig auf dem Weg. Ziegen finde ich nicht, ich hab schon ganz viele Ziegen-Dinger auf. Ich hab mich schon gar nicht verstanden, ich warte eben auf die richtigen Obse, das war schon wieder zweideulich. Ja, ja, es könnte ja auch der Richtige sein, das weiß man ja nie, ne? Der, die das... Kleiderklammern... 20 Rohholz, aber ich glaube, ich hab nicht genug Holz dafür. 20, das müsste ich ja... 80 Bauholz haben, wenn ich das richtig im Kopf hab, und noch anderes Zeug. Ne, so, irgendwie war das doch, ne? Sandpapier... Ja, ich hab nun für neun. So. Och, 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 ich hab jede Menge Holz. Na dann. Mach ich doch einfach noch nur welche. Und dann, ne, Rohholz. Ah, elf brauch ich noch. So, das ist fertig. Kann ich die auch abgeben? 50 viel chile hammer doch wie geil ist das denn so wie weit sind wir mit dem gebietspunkt 18 james bald kinders mensch bald noch zwei level dann können wir uns ein häuschen kaufen es ist absehbar doch für die für eine gilde muss es tatsächlich dieselbe fraktion sein man ist in die gilde rein will muss man dasselbe fraktion sein es geht tatsächlich nicht anders so zeigt schon wie dass ich will die landesgrenze sehen so entdecke entdecke dass nicht das und das ist die hier Kann ich den schon machen? Kann ich, aber dann muss ich zu weit jetzt weg. Okay, erstes Licht. Königskreis. Ich habe echt gefühlt eine Million Questen, aber es macht ja nichts. Was? Achso, die Ausgrabung haben wir gesagt, lassen wir Königspflicht, immerfall, 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 Königspflicht, immerfall, erstes, erstes, erstes. Heidernei. Wenn der erstes nicht, würde es sich so lohnen, nur für abzugeben, mal hinzugehen. Nur mal abgeben. Fischer benötigt. Ach ja, die Kaulquappen. Zehnmal Öl. Irgendwie habe ich schon ewig kein Öl mehr gesehen. Zeit muss ich nicht suchen. Wie wir es noch nicht konnten, haben wir dauernd das Ölzeug gesehen. in Kreisjahr Gehirsch. Weber benötigt. Schon wieder Saturn. Entdecker. 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 Und Wölfe. So. Jetzt müssten wir die richtige angeklickt haben. Saturn. Ich muss erst mal eine machen. Na 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 na. Gut, dass man immer so viel Krimskrams finden. Wir brauchten aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, so an die 40 Saturn. Das hätte ich mir schmeißen, das Zeug. Jetzt nur in die Truhe. Wo ist die denn schon wieder? Da oben noch. 9 Saturn. 24. Das reicht trotzdem nicht. Ach. Ja, und bei der Gelegenheit könnten wir uns ja mal leer machen, ne? Was habe ich denn einen Haufen Silbererz? Hilfe. Wo zur Hölle brauche ich Bauholz? Keine Ahnung. Irgendwo braucht man anscheinend Bauholz und Dingsholz. Ich weiß nur nicht wo. Das habe ich ja auch schon abgegeben. Kartoffeln. 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 Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Oh. Der hübsche Hut muss leider zerlegt werden. Und du auch. Der ist auch schwächer. Das kann raus. Das kann raus. Äh. Ne. Habe ich jetzt alles? Was denn das? war für schmiede kunstauftrag so viel krims krams so viel krims krams mutten ich würde wetten dass wir noch ganz viele sachen noch gar nicht gesehen haben es kommt davon immer immer gebieten häuschen will wo man nicht in anführungszeichen gestrandet wir waren ja ein königs fels gestartet und deswegen habe ich dort natürlich sehr viel mehr gebiets punkte wie in den windkreis windkreis ist hübscher irgendwie ein fünftes firme wölfe fällen wir wirklich ständig drüber die muss man gar nicht so gezielt suchen das müsste totes punkte geben ja in denen brauche noch welche das sieht gut aus die schwachen tränke sind immer ganz gut für auf die stadt questen muss man die nicht extra machen bisher ist es tatsächlich so dass ich die meisten tränke für stadt questen schon hatte weil ich die irgendwo gefunden habe und da ich die relativ wenig benutzen so mussten mittagsschlaf machen dass sowas denn viel spaß und so unartig sein nicht vergessen hände auf die decke und nur du weißt ja und so das ist ein unbezahltes knöllchen warte mal ist ja witzig wo hast du die dinger gefunden das ist ja lustig und wofür sind die dinge irgendwie lauf ich falsch rum da muss schön die sind ja lustig was muss ich denn das ist ja lustig also ich meine ich habe ja auch schon komische verraubte vorhänge und dreckiges geschirr und ich habe keine ahnung was gefunden aber strafzettel wie geil ist das denn 19. april ich schreibe dies hier weit von der ausgrabungsstätte entfernt aber immerhin lebe ich noch und kann berichten was vorgefallen ist rolfe und ich sind meines wissens noch die einzigen die entkommen konnten es war kurz vor der vor dem abend grauen als rolfe mich aussuchte um mir mitzuteilen dass einer der führer verschwunden war und zwar nicht desertiert sondern auf dem wege auf anderen wege da war rolfe sich sicher sein gefühl erwies sich als korrekt denn während es immer mehr dämmerte hörten wir einen fernen schrei aus dem wald und dann nichts mehr und doch dann sahen wir gebückte gestalten die zwischen den bäumen umher huschten rolfe bekam es mit der angst zu tun doch man muss ihm zugute halten dass er trotzdem nicht tatenlos blieb er trieb mich sofort zum handeln an wenn man einen von ihnen sieht sind da meistens noch zwei andere die man nicht sieht sich der mir zu und nach kurzem zögern entschied ich mich dazu die ausrüstung zurückzulassen diese verfluchte insel ständig versuchen diese teuflischen wesen uns ihr wissen vorenthalten okay und mecky muss in den keller gehst du dazu zum zum lachen hin oder wie also melde ich mich nicht mehr hat mich die spinn gefressen oder die keller okay na dann viel spaß im keller viel spaß im keller ja nicht die kiste dahinter jetzt glutet oder nicht ja und dann war da nur da ist keine drin habe ich das schon gelesen nö die mannschaft und ich haben geradezu wahllos verstreut an der ausgrabungsstätte diese eigenartige rot-orangen kristall splitter gefunden sie sind etwas so groß wie meine handfläche und zwar leicht aber unglaublich stabil man weiß zwar nicht wofür sie einmal gut waren aber anhand der bearbeitung spuren an den rändern würde ich sagen dass sie von den nahen stammten sie könnten einmal irgendwas verziert haben das inzwischen schon lange verloren gegangen ist oder einfache werkzeuge gewesen sein oder einen von vielerlei anderen verwendungszwecken gehabt haben ja gut wir werden sehen ein kind will ein spielzeug zurück das wir freund haben also nicht nach und eher zum weinen oh weia oh weia weia denn viel spaß zwischen kennersl und spindeln und sonstiges und wenn wir was übrig haben wir schicken dir dann noch ein paar skelette und so hinterher nur damit es dir nicht langweilig wird wir sind ja nicht so weißt du wir wollen ja nur dass dir nicht langweilig wird wir wollen ja nur dass dir nicht langweilig wird wir können wir Kiste. Natürlich bin ich nicht. Total und vollkommen und überhaupt, weißt du? Wir sind ja nicht so. Wir tun nur so. Wir sind ja nicht so. So, dann sind wir schon mal fertig. Snoo Snoo. Das sieht aus, als würde ich die andere Waffe brauchen. Wir sind ja nicht so. Wir sind ja nicht so. Wir sind ja nicht so. Kurve nicht gekriegt. Was ist denn da? Ich glaube ja, ne? Das sieht gut aus. Und dann? Ich wollte hier mal kurz was gucken. Und vielleicht sollte ich noch meine Waffe tauschen. Kann auch nicht schaden. Ja, bis demnächst mal, Mickey. Lass mich doch! Ist ja schlimm. Ich bin nicht jetzt. Thronen müssen wir. Da kommt so ein Hase ganz gemütlich angeduppelt. Das hat es ja morgen gar nicht eilig, ne? Und da. Ja, das putzt ja erst mal das Fötchen. Warum sollst du auch eilig haben? Und da. Ich hätte gerne mal Kisten, die hier irgendwo rumliegen sollen. Irgendwo. Irgendwo. Hey Diga. Die habe ich auch schon mal gesehen. Aber ich brauche die, glaube ich, gar nicht. Nee. Ich brauche nur die dammlichen Truhen. Da ist auch eine. Und die hat auch einen ganzen dustigen Spamriemen. Eine einzige. Das sieht nach Arbeit aus. Das sieht nach Arbeit aus. Das sieht nach Arbeit aus. Wo sind so die ganzen Kisten? Das ist nach Arbeit aus. Das quick, so. Aber das sieht nach Arbeit aus. Ich empfehle mich nicht. Das sieht nach Arbeit aus. Nö nö nö. Ein Raum nur für ne Kiste. Nö nö nö. lol ja ist klar neben mir mal kurz erscheinen da wird tatsächlich auch eine kiste ein tropfen essenz der ahnen noch schneller mit der truhe ich bin halt tot das hatte ich jetzt schon mal gelesen ja da mag sagt geht nichts mehr die truhe haben wir jetzt muss ich noch zwei truhen finden muss noch zwei so durstige truhe finden einmal rundherum waren wir schon mit kicken ob da auch noch eine kiste oder so rumfliegt ja dann kriegt einen rum und da ist auch ein sparen wie man drin dankeschön noch eine kiste die wir jetzt auch noch finden noch eine kiste doch kein hasi so jetzt müsste man aber schon bald genug von diesen todes dinge zusammen haben für das herz das wir bauen wollen jede menge blaubeeren nur blaubeeren habe ich über 200 stück im lager gesehen so ein komisches herz für den schlüssel für den danschen da brauche ich unter anderem die todes dinge wie quatsch da ist eine urne so fertig dann nimmt das noch mit was für eine indie meinst du jetzt ich bin hier fertig ich habe doch den danschen eben gemacht und ich habe keine gekriegt wir sind ja nur reingekommen weil jemand anderes den schlüssel hatte weil das eine fraktion weil die fraktions dinge hat er mich tatsächlich da hinschieben ich habe immer noch eine auf aus irgendeiner grund habe ich nicht alles in dem bei dem lauf gekriegt für die fraktion ich habe für die fraktions dinge musste ich da rein aber ich hatte keinen schlüssel aber irgendjemand anderes hat denen habe ich zumindest eine von diesen fraktionsaufgaben in den danschen fertig bekommen und der andere ist noch nicht fertig irgendwann andere mal wieder rein aber ich habe keine schlüssel mehr ich habe aber keinen schlüssel und deswegen muss ich schlüssel bauen was muss ich hier machen bis sie geahnen möchte ich will die aber nicht abbrechen ich will doch die quest machen es gibt auch die fraktionspunkte außerdem sind die die pfunde in dem danschen teilweise gar nicht so schlecht zunächst was die steine betrifft und so sind die gar nicht nur schlecht was ist das denn haben wir schon gelesen aber doch mal schauen klar gut klar klumpf klumpf Klopf, klopf. So, das war das. Ich hab die doch eben. Was? Rüstungssparmriemen. Okay. Ich muss noch ein bisschen laufen. Immer dasselbe. Ich merk mir nie, in welche Richtung ich muss. So. Hm. Irgendwie versteht ihr das nicht. Ich erzähle euch seit gestern, dass ich so lange im Windkreis bleibe, bis ich mir dort das Haus kaufen kann. Ergo muss ich auch entsprechend die ganzen Questen machen, damit ich Gebietspunkte dort krieg. Und jetzt bin ich bei 18 und mir fehlen noch zwei Level und dann kann ich mir endlich mein Häuschen kaufen. Ich brauche Kisten, ne? Kisten, 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 Kisten. Da sind keine. Ne, Kleiner, bleib mal stehen. Ich spinne ja nicht so. Hast du zwar nicht verdient, du bist gelb, aber egal. So, da hinten konnte man aber irgendwo hoch. Und dann ab ins Häuschen. Guten Tag. Und da ist die Kiste. Das war die erste. Wow, das war die erste. Das war die erste. Na, na, na. Gut. Was hast denn du für ein Problem? Was hast du für ein Problem? Der hat mich gepiext. Der hat mich gepiext. Somos. Der hat mich einfach gepiext. Du bist echt zu klein für das Gebi. Du solltest hier nicht rumlaufen. Kleiner Scheißer. Naja, ich bin hier nicht so. Dann bleib auch stehen. Sechs Level zu klein. So. Jups. Da könnte noch was drin sein. Ich jetzt. Drei von Fünf. Und da haben wir noch einen Beutel. Nein, im Lauch. Unschild des Ritters. Viva Tetakna. Hups. Bleib ruhig liegen. Du kannst weiter schlaufen. So. Und eine. Irgendwie wirkt der Kleine jetzt langsam an. Ich habe das Gefühl. Hupen. Der klebt sich an mich. Der Kleine klebt sich an mich. Da könnte noch eins sein. Hup. Fertig. Ich kann hier mal gucken, ob der Kleine versucht mit mir zu quatschen. Nee. Zumindest nicht im Gebet. So, dann bin ich durch. Wieder mal. Also, ab nach Hause. Lauf schneller. Lalalala. Guten Tag und tschüss. Bin ich noch richtig? Ja. Jetzt gehen wir die noch einmal alle ab. Ich glaube, dann habe ich für heute fast genug. Manja. Jetzt lasst mich lügen. Vier oder fünf Level haben wir heute geschafft im Gebet. Oder nur drei. Zwischen drei und fünf Level haben wir heute geschafft. Das Häuschen steht uns sehr nah. Spätestens nächstes Wochenende müsste man das schaffen. Spätestens. Also, ich habe die Woche irgendwann nur noch ein bisschen Zeit und Queste noch ein bisschen ohne euch. Das sind ja immer die da halt in der Richtung. Muss ich mal gucken. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen, wenn wir die alle abgegeben haben. Was willst du denn? Dich nicht, Mann Wolf. Dich brauche ich nicht. Falsche Taste. Drei Wölfchen müssen wir noch verkloppen. Ist doch wie immer, ne? Wenn man es nicht an der Hacke braucht, sind sie millionenfach da. Was können wir eigentlich gerade mal mitnehmen? Da ist ein Wolf. Komm her. Kurz das Fell abziehen. Merkst du gar nicht. Zwei Mal draufgekloppt, kein Wolf mehr übrig. Komm her. Und der Dritte. Dankeschön. Ist ja nett von euch, euch nur kurz zur Verfügung zu stellen. Na, 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 na. Da ist die Stadt. Muss man noch den Eingang finden. Menti ist mal gar keinen Hanf gefunden. So, beim Rumstreuen. Naja, egal. Bräuchten wir aber noch für Satin oder irgendwas hatten wir noch. Lalalala. Ne, das interessiert mich nicht. Da muss ich hin. Guck, Wölfe, Entdecker, Entdecker. Entdecker habe ich den Wein nicht. Die Dusselchen Kolkwaben haben wir nicht, aber Eisenbaum müsste ich machen können. Nochmal Wölfe. Okay. Viech, viel Ne, kann ich gleich abgeben. Schweine nicht. Also Eisenbachen machen. Das müssten wir können. Ich habe so viel Zeug dabei. Mein Schwert, mein Leben. Wenn du unsere Sache nun unterstützen willst. Fast 10.000 Marken. Ja, wie geil ist das denn? Annehmen, annehmen. Weckershafen und Wellenbrecher. Okay. Ist das die Schmiede? Ja. Eisen, Eisen. Nee. Schmiede, ich brauche aber Schmelzofen. Ich brauche den Schmelzofen. So. Das. Moment. Moment. Ich kann nur 60 Eisen machen. Erst jetzt. Zu den Fraktionstypen. Mein Schwert, mein Leben. Wähle, wie du unsere Sache nun unterstützen willst. Ich kann auch das hier machen, aber das Wichser ist mir jetzt gerade zu weit weg. Zwei Prozent. Und hier. Und nun? Ja, aber ich mach die ja für die Marken eigentlich hauptsächlich. Ja. Wunder, die haben irgendwie nicht wirklich was gescheites, außer vielleicht die da, aber die brauche ich ja glaube ich später auch für die Kisten, wo so richtig die Äxte sind und nicht wirklich gut. Für mich ist das, was ich habe, tatsächlich besser. Ja im Moment habe ich echt das Gefühl, das lohnt sich überhaupt nicht. Die hier wäre tatsächlich anscheinend besser, wie das, was ich anhabe. Glaub ich, warte mal, 323 und ich habe ja ein bisschen, auf kurzem ganze vier Punkte besser. Ja, sag ich ja, lohnt sich nicht mehr. Irgendwie, ja. Ähm, ich hatte nicht genug Eisen, ne? Der zeigt mir aber noch was grünes an, muss ich gleich nochmal gucken. Hier war es nicht, ne? Doch. Oh! Hatte ich noch genug Flager. Dann hatte ich noch genug Flager, das hat er dich geschickt. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Mir fehlt, da glaube ich nur ein Viechfilet, ist ja lustig. Nochmal Zucker gefunden, ich weiß gar nicht, muss ich den ganzen Zucker hier haben. Das hier raus, das hier raus. Ich habe mal wieder Pfeile, falls wir uns über den Weg laufen. Nicht viele, aber ich sammle so halt. Nein, nein, nein 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 nein. So. Gut. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut, gut. Nee, den zählt aber nicht. Den muss ich hier tatsächlich erst bearbeiten, okay. Was ist das denn? Was mir hier schon Creams-Crums drin haben fürs Haus. Yeah, Kines. Und wieder eine Stufe höher. Juhu! Noch ein Level. Noch ein Level. Und wir können das Häuschen kaufen. Seht ihr, sind jetzt bei 19. Und sind noch über 4000 Punkte. Schreckt das nach. Noch über 4000 Punkte muss ich machen. Egal, aber ganz sicher nicht mehr heute. Ah, ja. Wer ist denn noch so da? Jetzt braucht er noch 3 Stunden für mit dem Poser aufzumachen. Echt jetzt? Komm schon, der war auf. Nur anzeigen. Danke. Und jo, das ist doch schon wieder gut warm. Ja, ich habe eine Idee. Ich schleppe euch jetzt einfach mal zu meinem Großen. Den ich hier nun wieder mal angucke. Ähm. Wie ging das nochmal? Zeig mir das an. Ne, das will ich nicht. Das will ich nicht. Da hin. Da hin. Da hin. Ich weiß gerade gar nicht, was ihr spielt. Aber egal. Könnt es euch ja mal angucken. Ähm. Und ja. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann morgen zu. Metal Dynasty wieder. Bis dorthin. Seid schön brav. Ciao, ciao. Und vergesst nicht die Schatzkisten zu klauen, ne. Wo wir jetzt hingehen. Vergesst nicht die Schatzkisten zu klauen. Was? Ja, dankeschön. 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 Ich habe da nämlich eine kleine Taste für. New World habt ihr gespielt. Also ich habe dich hier auch noch an. Dankeschön. Dann.